wow ich wollte schon dazu schreiben scheiße warten hier auf morgen kroni-team oh fein ecky feuerwerk feuerwerk es wird direkt stumm alter ja na und jetzt krieg ich auch nur werbung ja du gibst mir damit geld nein spaß ich will auch keine werbung ich will auch keine werbung die können mir ein abo schenken wir kommen in dem corona stream in der erkältung stream wir haben heute hochgezogen können wir jetzt losgehen jetzt sind die auch für die Husten können wir jetzt losgehen können wir jetzt losgehen stehen dir go 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 ich muss mindestens 10.000 mal husen ob ihr da hinten wegrollt ne oder ne oder warte fußspuren du musst auf jeden fall steine mitnehmen auf jeden fall r last n ben ich hab ihn nicht gesehen ich hab ihn nicht gesehen 的時候 das kannst du mir nicht ersehen der war drauf da ist fakak ich schwöre ich hab ihn nicht gesehen Oh, geil! Oh, geil! Halt! Ne, ne, wir gehen erst oben lang. Ich werde zu flusten, ich werde mindestens 50.000 mal hier kurz ausmachen müssen, weil ich dann niesen muss und so. Herrlich. Ey, gestern, ne? 10 Mal hintereinander musste ich niesen. Ey! Hast du einen Stein? Nö. Wie klappt das? Ne, klappt nicht. Scheiße, jetzt hauen sie ab. Ähm, du brauchst einen Stein, du musst auf die... mit dem Stein drauf. Ah, scheiße, ich wollte mich hauen! Ich weiß nicht, ob damit der Enzeptelefer auch geht. Aber wir müssen den Stein eigentlich abwerfen. Oder kannst du ihn jetzt ausnehmen? Geht das? Kannst du den ausnehmen? Ne, das ist sicher hier. Ne, okay. Ne, musst du die mit dem Stein machen, das geht nicht anders. Ich hasse die, ne? Ich hasse sie. Aber hier sind Lieblingswohnen. Scheiß Stein. Wo muss der Stein sein? Stein! Hi, Juho! Wie geht's? Brauchst gar nicht fragen, mir geht's mega scheiße. Aber nur von der Stimme her und mit Rotzen. Aber sonst geht's eigentlich. Heute gibt's ein Corona-Stream. Kurz, ein Corona-Kurz-Stream. Mensch! Putz auf! Ja, die anderen Emotes sind noch nicht da. Die kommen noch. Ich habe hier keine Steine. Oh! Ich bin zu dumm. Kritische Situation. Ey, das ist mein Spruch! Was ist denn? Oh, Juho, was hast du denn? Was kommt da? Oh mein Gott! Oh, nicht jetzt! Ey, ich brauche... Ich wollte gerade sagen, ich finde keine. Doch, du musst welche haben. Aber habe ich nicht. Wir trennen uns jetzt und dann suchen wir... Bist du bescheuert? Ich trenne mich doch nicht von dir, ich glaube es sagt... Ah, Olim! Ey, das ist wirklich Taschentuchberg gewesen, hör bloß auf, das hört auch nicht auf. Mir geht's ja auf einer Seite doch einigermaßen gut, das Problem ist nur diese scheiß Erkältung, Halsschmerzen dazu, dann... Husten andauernd, das nervt so ab. Ich bin so ein bisschen schwacher, aber sonst geht's eigentlich. Ich find keine Steine. Komm mal her. Bist du? Da, wo der rote Pfeil ist. Wow! Ja, ne? Ich bin da, wo Knochen sind. Hey, sonst darfst du nicht auf meinem Skelett-Freund sein. Nein. Vielleicht. Dann wisst er dich. Ich bin nicht so nah so scheiße. Alter, die Heiserkeit, ne? Ähm, wir helfen, so gesehen, Janine gerade hier beim, ja, Monster töten und allem drum und dran so. Und nachher, bevor ich den Stream dann beende, möchte ich auf jeden Fall den Nährgiganten dann machen, den wir jetzt freigeschaltet haben. Ich weiß nicht, ob das... Geht das jetzt? Liegt er da? Hier, 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 hier! Da! Nimm den mal auseinander. Geht das? Guck mal, ob du das bekommst jetzt. Jetzt hab ich keine mehr, scheiße. Ein Durchflügel. Okay, dann müssen wir weiter gucken. Hier haben wir Steine. Hier liegt auch nochmal eine. Oh, ich hab dich am Kuschel. Ja, ähm, kein Ding. So, vokal Problem. Heute haben wir auch nichts großartig zum Helfen eigentlich. Helfen eher Janine hier noch ein bisschen und ja. Äh, wo hast du das Ding? Bloß ganz ruhig heute. Obwohl es mir noch beschisster geht. Hier, direkt hier. Wespoido, wie der heißt. Aber da wird mir nichts angezeigt. Ah, jetzt. Wollte grad sagen, wenn ich das jetzt auseinandergenommen hätte, hättest du nichts mehr über. Spaß. Und noch durchflügelt. Dann gucken wir mal nach diesen kleinen Hüpfeviechern. Die waren da vorhin ab, diese schwarzen. Wie geht's dir denn, Juro? Ach nee, halt. Das hast du ja schon geschrieben. Ah, sorry. Das hab ich gerade gar nicht gelesen gehabt. Ich dachte, du hast noch nicht geantwortet. Ach du Scheiße. Wie hast du das gemacht? Mit Hand und Bein gebrochen. Halt. Andere Richtung. Da lang. Oder? Nee, da lang. Wer verwirrt? Da sind wir von hier gekommen. Wenn man einmal aufs Handy guckt. Oh nein. Genau dahin sind sie und genau da ist er. Das heißt, wir schleichen uns leise von vorbei. Ach so, wir rennen einfach weg. Leise. Oh nein. Ich muss das aufheben. Ich muss es tun. Ich mach das sonst nicht. Oh oh. Hey, ich will das auch haben. Oh fuck. Oh oh. Er war nur sauer. Oh ja, hat Janine gesehen. Ja, Janine gesehen. Jetzt gibt es auch viel. Oh nein. Janine, komm schnell. Schnell. Oh my god. Ich kann nicht. Nimm mich nicht, Mello. Du heißt aber so. Aber ich will nicht mehr so heißen. Okay, Janine, los. Dann wird die kleine Hunde. Die müssen wir doch mitnehmen. Ja. Oh oh oh. Oh my god. Ich bin gleich tot. Könntest du bitte denn hier nochmal herkommen? Hier liegen noch ein paar schwarze Insektenficher rum, die du aufhören müsstest. Scheiße. Leck mich doch an da rein. Ja, ich bin kein Hubsi. Er mag mich grad überhaupt nicht. Oh oh, Revierkampf. Revierkampf. Wieso kann ich dich denn nicht anpicken? Haha, Jogo. Das ist cool. Die anderen kommen noch. Aber ich fahr die irgendwie am schönsten bis jetzt. Ich kann nicht bewegen, was ich weitergebe. Bin ich gleich tot für nichts. Ich will gar nicht pepfen. Ich auch nicht. Oh, was ist das denn? Steine zu blieben. Ich muss halt woanders gucken. Ganz unglücklich. Ich fahr das nicht. Ich fahr das nicht. Ich fahr das nicht. Kann mich jetzt vielleicht. Oh du, Garon ist auch noch hier. Es greift mich schon wieder an. Ich kann das nicht. Ich kann die nicht ausdipsen. Ist an dich. Du bist da schon wieder. Wollt sie wieder zu dir? Ich komm zu dir. Alles klar. Ruhst gut aus. Gute Besserung vor allem. Scheiße, komm ich hier zu dir? Ach. Nee, er musste da einmal rum. Genau. Hier komm ich glaube ich gar nicht lang. Oh, bin ich mit? Kannst du da runterspringen irgendwo? Ja, bist du. Ich seh dich! Aber ich kann's, ich kann's doch nicht runter. Hoch. Wo bist du denn? Ich bin unter dir. Ich bin schon in der Hölle. Aber. Dafür nicht so rum. Wie weit weg bist du denn jetzt? Du Garon. Geh mal da gucken, wo du grad bist. Komm bitte nicht zu nah, sonst frisst der dich ja auch noch. Oder überrollt dich. Keine Kommentare. Vulkan oder Garon? Wohememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememem Bist du gefallen? Nein. Da liegt einer. Oh, ich hab einen. Oh, super. Ah, nein, das will ich doch gar nicht. Naja, gut. Die Spur wollte ich. Da hab ich wieder keine Steine. Wie immer. Ey! Oh, Mann, das ist so schlimm. Das ist so nervig. Da sehe ich mich gerade ganz ehrlich. Ich brauche mal, ich muss auch nur umhusten, was? Oh, ich bin gerade an. Ja, ich werde dann auch gleich mal einen Tee machen oder so. Ja, ich hab die Tee getrunken. Ich darf nur einen von dem. Wieso das denn? War es Arzt und Medizintee ist. Ja, okay. Wie viel brauchst du jetzt da? Ein. Ach, hier ist einer. Du bist voll da durchgelaufen. Ich hab halt keine Steine, oder? Oh, jeps. Was gehört denn, ich soll dich, äh, äh, grüßen? Von wem denn? Von Eric. Schöne Grüße zurück. Es tut mir so leid, dass ich so oft am Husten bin, oder dieses, ähm, so wie jetzt. Ey, mir geht's so beschissen von meiner Stimme her. Wenn das so weitergeht, kann ich gleich ein Metal singen oder so. Ich weiß auch nicht. Beim Singen, Metal schreien. Hier, Janine, liegt nochmal. Du hast ja Glück hier gerade. Ach, hast du noch? Und? Der Beste war der Felden-Durchflügel. Hier hinten. Wo war ich mit Stein? Hier hab auch Stein. Ich glaub, der ist weg. Warum halten die so viel aus? Du musst den fahren. Alter. So. Also nochmal, es tut mir echt leid, wenn ihr das immer mitkriegt und so. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Aber ich wollte heute unbedingt irgendwie streamen. Zocken und so. Vor allem, ich will unbedingt nachher den Nährgiganten noch gucken. Weil's wieder gut nachher. Nicht zu spitz auf jeden Fall. Zu spitz? Zu spät. Du kommst auch spitz. Ich hab spitz verstanden. Ja. Geht das eigentlich auch? Oh man, ich hab was fest. Ey! Geht das mit der Klaue auch? Oh, ich hab's! Ich muss mir... Ich bin gleich wieder da. Ich muss den Hustbombo holen. Also fertig. Jetzt komm weg hier. Ja! Perfekt. Mann. Ich digitiert zum Mann. Oh ja. Warum oh ja? Hallo! Auch da wird nicht gekupft. Ist mir egal. super. Oh, da wird nicht... Nein. Reicht jetzt. Basiert nur auf Gleichberechtigung eigentlich, ne? Kein Kommentar. Wie war's? Kritische Situation. Ganz dünnes Eis. Negativ. Das ist so dumm. Außerdem sagt man sowas hier nicht. Hä? Ich würde gerne sagen, mein Test ist wieder negativ. Boah, das wäre geil. Oder? Ich würde es feiern. Ich würde es einfach so feiern, wenn meiner dann wieder mal wieder negativ wäre, ey. Negativ. Das klingt einfach falsch. Du willst es nicht falsch sagen, aber es hört sich einfach falsch an, obwohl man es nicht so falsch meint. Das ist so bescheuert. Scheiße, wo ist jetzt der Schmid hier? Ähm, bist du in der Versammlungsstätte? Nö. Kann ich dir nicht helfen. Wenn du vor dem Schild stehst, dann einmal umdrehen und dann links hoch. Geht zusammen durch alle Zeiten. So, ich hoffe, dass du jetzt gleich einen Bomber im Mund hab. Hab ich dir nicht beigebracht, dich immer alles in den Mund zu nehmen? Janine, das hast du jetzt getan. Alter, ich werde das nochmal. Wie, du darfst auch mal, wie kriegt das denn jetzt? Alter. Er sagt, jetzt kann ich mir die Scheiße nicht auf verbessern, weil ich kein Geld hab. Und der Vogel ist voll süß. Der ist der süß. Aber, der Vogel ist gerade unnötig. Gut, er pfeift überall durch. Ähm. Ich weine gleich. Ich auch. Ne, ich verkauf jetzt Sachen. Oha. Ey, alles okay. Ich wusste jetzt auch nicht, ob wir jetzt nicht damit reinkommen können oder nicht und so. Ja, gut. Hat's denn geklappt? Hast du den denn noch besiegt gehabt? Ich verkack dafür bei Allatria und immer, also keine Sorge. Sobald wir da mal reingehen sollten, ich bin die Erste, die dreimal tot ist. Ich krieg's nicht geschissen. Janine, wenn du noch einmal lachst, wenn du da auch noch hinkommst. Wenn du da auch noch hinkommst, ich sag's dir. Mhm. Ah, super. Ja. Das Film besteht nur aus Husten. Sorry. Mann. Ach, scheiße, ey. So, Schardina, warten wir mal auf das nächste. End die Arm drücken. Chill, ich muss kurz zusehen, wie ich irgendwie mal so ein paar tausend Dollar zusammenkriege. Du wolltest da was testen, ob das wirklich klappt? Wer wollte was testen? End die. Der wollte mich jetzt in den Arm drücken fertig machen. Schafft er eh nicht. Herrlich. Da gibt's einen extra Move, den ich testen will. Einen extra Move? Der ist gut. Der ist gut. Und weg ist er. Kannst du mir sagen, ob ich jetzt ganz schnell 32.000 zusammenkriegen soll? Ohnehm, du hast eigentlich gar nichts verpasst. Außer, dass Andy jetzt irgendwie meint, der hätte jetzt einen extra Move drauf, um mich fertig zu machen. Komm, Andy, kriegst du einen Corona-Bonus. Bist schon assi, ne? Ey, Jenny, wie soll ich... War ein guter extra Move. Was denn? Ich brauch 32.000 Dollar. Oha. Ich hab nur 15.000. Für die Waffe verbessern? Ja. Ich sag's dir, ich verkaufe dieses Amulett erst wieder, ne? Ne, das würde ich behalten. Ah, sorry. Aber wie soll ich denn sonst so viel jetzt zusammenkriegen? Ich hab halt auch nichts mehr, was ich vernünftig verkaufen könnte. Irgendwie? Geht's auf. Ohnehm. Hm. Auch ohnehm, wenn du willst, kannst du ruhig wieder mit in die Party kommen. Ist nur blöd, wenn man dich halt nicht hört, aber ist auch kein Ding. Ich dämme, das stört jetzt nicht zu sehr, bis du dann deine Ickse vielleicht hast. Ickse? X-Box ist jetzt bei mir Ickse geworden. Ist schneller auszusprechen. Nixe. Die geile Nixe. Die Nixe. Ach man, ich brauch Geld. Also, mit Doppelfinger geht's auch nicht. Was? Mit Doppelfinger geht's auch nicht. Auf der Zeit getestet. Du hast einfach verkackt. Du hast verkackt. Sorry. So Freunde der Nacht, ich hab auf. Jo, ich seh's. Ach du Scheiße. Das war jetzt so gut. Ich so, also Ente und ich sind da so und ich dann, wo du das gesagt hast, jo. Also so eben gerade und er dann, ach du Scheiße, ach du Scheiße und dann gleichzeitig losgerannt. Das sah einfach so geil aus. Das war so gut. Ich muss jetzt mal meinen Ladekanal hier holen, weil sonst kann ich hier gleich den Chat nicht weiterlesen. Ähm, ach ja doch hier, Dings ist das, ne? Ja, stimmt. Ich müsste gerade noch mal überlegen. Ach ja, Erika, nicht ohne, Erika nicht in Shit reinschreiben. Äh, ist was passiert? Äh, du hast das Zeit eigentlich wegen Verifizierung oder sowas. Ja. Und er hat das, ich bin mir gerade, ich bin mir gerade nicht im Kopf. Oh, hallo. Hi, Onim. Also, wie gesagt, wir reden nicht mit einem Geist, bitte nicht doof nehmen. Ich bin ja noch abgefahrt. Ach. Ich möchte das heute nicht vertiefen, Onim. Ich möchte das heute nicht vertiefen. Ich möchte das jetzt mal schneller als es sein, wie doof. Haha. Sollst du, musst du schneller fertig mit dem Laden? Hä, wieso? Bei mir dauert es doch gerade länger. Ja, sonst doch bei mir länger als bei dir. Meist musst du schneller. Ach so, nee. Ich war diesmal etwas später da drangegangen. Ich war die letzte, die angenommen hatte. Oh, Nimm, du hast Aussage. Soll ich jetzt starten oder warten? Ja, starten. Das räumt sich. Haha. Du gute Nudeln. Du gute Nudeln. Tausend ist hier du. Oh. Du kriegst eine Schokolade da rauf. Ich hab eine. Guck mal, ich hab eine in den Chat geschickt. Ich sag so dich. Ich seh's nicht. Ich mach gerade über Laptop auf. Ach so. Perfekt. Das könnt ihr wenigstens sehen, wenn jemand folgt. Das zeigt das wenigstens an. Kann ich wenigstens blockieren. Da nimmt jemand den Job sehr ernst. Alter, was war das denn? Mit Schönen, ich mein Job ernst. Gesundheit. Wieso geht's mir die ganze Zeit? Das glaub ich. Oh, sagt, ob das nicht noch drücken muss. Okay. Ich hab ja auch schon Hustenbonbon hierzugenommen, ne? Das bringt nix. Ne, tut's auch nicht. Ich merk das selber. Aber schmeckt lecker. Selbst mein Hustensaft hilft nicht. Aber irgendwie. Meine Anleiterin hilft dir ja irgendwie auch nicht. So ein richtiger Scheiß-Hustensaft. Ja, gut. Hustensaft brauch ich dich jetzt nicht. Was sei denn? Äh. Halb am Frecken immer. Obwohl, heute geht's. dass wir ein bisschen auch ins Streamen dabei, ne? Mhm. Lange Zeit mit Monster-Kloppen. Gestern und vorgastern, ey. Die sind richtig dreckig. Hi, Onim. Vom Notebook. Ich hab kein Bock, mein das aufzumachen. Ich hab nicht mal meinen Tab hier stehen zum Gucken. Ich hab einfach mein Handy jetzt dahin geklatscht. Ich find mich so ausgepowert. Kontrolle halten geht noch. Hä? Was soll'n das jetzt? Er braucht sich gar nicht verpissen. Aber jetzt ist er außerdem auch was aus dem Spiel. Was geht los hier? Warte mal, red mal ganz kurz nicht, weil das Problem ist immer, wenn ich jetzt in den Menü reingehe, und fuck das wieder ab. Dann hört man alles voll durcheinander. Keine Ahnung warum. Warte mal kurz. So, mal gucken. Muss mal alleine ran. Janine, komm. Fick dich. Komm her. Sei nicht so frech. Komm her. Wer ist ja immer frech. Mach doch, juck mich doch nicht. Du bist das Tick-Tock-Tarm, nicht ich. Go. Rockstar. Wieso hatte ich das auch grad im Ohr? Na, weil du ein TikTok suchst bist. Ja, das ist das Problem. Immer wenn ich nicht schlafen kann, guck ich Tick-Tock. Ich auch. Am Tag, wenn ich grad nichts anderes zu tun habe, guck ich Tick-Tock. Ey, warum hast du so ein cooles Vieh? Nimm mich mit. Ein cooles Vieh? Ich finde das voll hässlich. Warte, ich warte auf dich. Ist mir egal, nimm mich mit. Sie da bei deinem Arsch stehst. Dein Vieh fliegt. Hä? Also, hängst du in der Luft. Nein, bei mir nicht. Doch. Alter. Nimm das auf. Jetzt läuft die Sau nicht mehr. Beweg dich, nein. Warum hängt der jetzt fest? Was soll das? Was soll? Nein. Oh, nimm, das ist das allererste Mal, dass ich sowas erlebe. Guck mir das Bild, mir ist ein Arsch, okay? Warum steckt in deinem Bild? Ich kann nicht. Ah. Der steckt da auf dem Bild, gerade bei Janine, mit dem Kopf im Boden drin und der Arsch nach oben. Wo ich mir denke, hallo, wie jetzt? Was tut er? Das ist ein Knoten im Arsch, der Junge. Ach, scheiße. Nicht angreifen. Ah, blöd ist sie. Hat so ne fette... Warte, ich mach mal, mach mal hier. Kein Notsignal. Dingens. Zu spät. Oh. Na ja, okay. Dann hoffe ich mal, dass da gleich ein Rüftiger reinkommt. Ja, ja. Ich muss nur sagen, wie lange ich hier damit überleben soll. Der ist richtig stressig, finde ich. Also, da, wo ich noch keine solche Rüste und sowas alles hatte. Ey, der hat mich so abgefuckt, ne? Ey, mich hat der richtig abgefuckt. Scheiße, ich hab keine Pfanne eingepackt. Danke. Ja, das schon. Das war Janine. Hey, was ist das denn da? Das sieht aus, als hätte er eine Krankheit, ey. Die Blügel sind geil. Belkana? Ich fände ihn als... Wie gesagt, man liebt jetzt Drachen, ne? Ich liebe ihn, ja. Ja, ja, das stimmt schon. Stressig. Ja, Wahl. Wahl hast du das Gefühl. Aber da hab ich ja extra so eine Rüste drüber. Ach du Scheiße. Mir liegt's auch auf der Zunge. Ja, ja, genau. Irgend so ein Rüftiger. Ja. 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 Jenny, hilf mir doch! Ich hab das auch oft versucht gehabt, auch weil ich so einen blöden Reister von dir brauchte. Ey, das war so stressig gewesen. So oft versucht. Ach, Gott sei Dank hab ich die Rüstung komplett von dir vorbei. Schön. Ah, die ist auch super. Ja. Ja. Oh mein Gott. Also, Andy ist ja schon mal da. Bist du ja jetzt auch, äh, hier wieder? Ja. Ah, okay. Der rennt mich hinterher, hallo. Hat ich grad nicht nur so Bock gehabt. Was war denn los eben? Äh, ich weiß nicht. Boah, war alles weg. War nicht gut. Ich weiß nicht. Du vielleicht, Janine. Ich fand das nicht so lustig. Ich weiß nicht, dass ich rede und rede, krieg nix mit. Auf einmal stand da, äh, Monster hat auf, äh, Verbinder und Tee gefahren. Und dass du niemals gehst. Rede, geh weiter. Ach, der Herr, das hört mich keiner mehr wieder. Bin ich keiner mehr mit dir? Äh, hä? Guck, ihr fall nicht rein. Ah, die weg. Was ist das? Ich hab auch mit meiner, ich hab auch mit meiner, ich hab auch mit meiner Probleme zurzeit wieder nach. Ja, bei dir ist aber eher das Internetproblem, ne? Ja, beide. Bei mir hat Minecraft vorhin richtig rumgespackt. Ja, beide. Ja, beide. Internet und Xbox. Was, Minecraft? Ja, mit Zillin. Ach ja, stimmt, ja. Und dann hat das irgendwie die ganze Zeit so, und dann hat das die ganze Zeit so rumgehackt und alles. Keine Ahnung, warum. Komisch. Ich muss gerne den Glammern wieder gucken. Oh, mein, 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 mein Hübscher ist hier. Das ist etwas, wo du dich nicht rüber aufdenkommst. Guck mal, Janine, lauf weg. Lauf weg. Demo, du ist hier. Warum passiert dir das so an? Oh mein Gott. Das ist ein Leckerli. Ja. Total. Lecker. Mein Ernst fällt von Anfang an, aber er ist... Das ist so eine geile Gurke. Alter, ist einfach so krank. Mein Liebting Vieh kocht nachher. Guck, ich hab keinen Griff. Alter, ey, was sieht man aus aus? Herr, besser ist es. Jetzt wird Demo zu gleich weg. Sag ich ja. Da ist auch, kennt man die Spiele, ne? Wo noch nicht. Ja, doch, mein ich doch. Eigentlich wollt ihr mal dann ab. Ja, er ist an ihm auch kurz hingesehen worden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin voll reingehauen. Hä? Alter, hast du das gesehen? Nein. Was denn? Ich stand voll selbstsicher da oben gerade rum. Auf einmal ist dieser scheiß Vieh da hochgesprungen. Ich hab eben schon die Schachendränge gelandet. Ey. Ey. Junge. Voll weg. Demo Ju hat mit nur noch nicht die Schnauze voll verliebt. Ich glaub, der ist sauer. Er ist mal verärlich. Er ist wieder hier. Er sag ich ja, deswegen ja. Demo Ju ist eter. Für die Materialien aufsäumen. Dein Hammer ist klar. Ich hab' den Hammer auf dem. Hab' die Lustung und dann noch ein bisschen das andere Pfeil. Dann ist schwer. Wurschlag. Eigentlich ist Demo Ju schon ganz gut. Ja, das ist schwer. Du. Nochmal. Oh, okay. Ich glaub, das ist... Ach, fuck. Ich hab' mich jetzt überrollen. Oh. Ich bin fett. Nee. Der Sticker hat mich überrollen. Beide fett. Jenny, Demo sind wir bei mir. Oh mein Gott. Was kann ich denn daran ändern? Das Ausstück, was ich nicht gemacht hatte, auf volle Stufe ist. Klar, ich würde mal jetzt bei Demo Ju. Wir nehmen bei mal. Naja. Ja, echt nicht. Und nehmen wir auch mit uns. Ja, ich bin da raus. Ich will nicht mitmachen. Schuss futtert er mich. Demo Ju, ich liebe dich auch. Kein Ding. Du bist und bleibst mein Liebling. Ich glaub, was passiert. Auch wenn ich dir manchmal den Schwanz abgehackt hab. Das würde ich auch nicht gerne in deinem Maul stecken. Das Problem ist, die haben alles netzend. Können sie machen, wie sie möchten. Alter. Ich hab da... Nein, das war jetzt nicht. Das ging falsch. Das ging immer alles falsch. Egal, was du sagst, du bist immer die Blöde. Das wird sich nie ändern. Ich schreib dir das gleich. Na ja, ohne zu sagen. Du bist nicht hier. Die Time-Mode ist offen. Ah, Mann. Ich könnte sie einfach gar nicht mehr. Oh, Janine, ich hab dich gefunden. Besser, als du das hier bist. Ich weiß, dass du hier das Wort der Ordnung hast, weil ich gegen den Energiganten gekämpft hab. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, der Abi, ich bin gleich tot. Ich war echt so glatt. Vielleicht? Hm. Ich glaube, der geht doch auch. Äh, wacke ich nicht. Ich hab mal über das. Ne, was? Ich hab so eine. Was denn? Oh. Oh. Ja! Ich hab das gemacht. Scheiße. Na ja, hier. Toll. Brenner. Ist nichts Neues? Brenn mir Feuer. Nee, ehrlich. Los geht doch. Oh, kassel. Hey. Also, irgendwo beide Tage sind ja. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Ich treffe dich hier nicht. Ey, wie knapp das die ganze Zeit ist. Ach du, der kommt zurück. Scheiße. Ja, er hat uns geklappt. 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 Der kann da helfen. Der kann da helfen. Der kann da helfen. Wir sollen mit... Ich will deinen Kontrolleur nach. Ach, Mensch. Doch bleibs dabei, ja? Na ja, guck mal, geh dann helfen, dass du so kommst. Oh, ich bin rauf. Ich glaub, der mag das nicht. Baby, gib ihm. Okay. Tada! Oh. Feuer ist gut jetzt. Sollte funktionieren die? Ja. Na ja auch. Alter, toll! Ja. Harte Verwirrung kenne ich sehr gut. Das habe ich für zu lange nicht gehört. Dann nehme ich mal mit. Ne. Klar, dass man sich noch dranhängen kann. So geil ist es, wenn man sich noch dranhängen kann. Das wäre cool. Ja. Aber erstmal sollten sie einzeln, dass man das Tier hier alleine reiten kann. Dass man es alleine lenken kann. Sagen wir mal so. Oh, scheiße. Ich krieg's nicht hin. Oh nein! Was war das denn? Zeig mal, dass sie das sind. Scheiße, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Ich sterbe, Jenny, ich sterbe, ich sterbe. Ja, dafür kann ich auch nichts. Ich suche einen Stein. Ach, ich bin schon dreimal drauf vorbeigerand, glaube ich. Da ist es auch ein Stein. Klar, nehme ich mit. Oh mein Gott. Man ist nie aus dem Alter aus Steine zusammen. Zumindest hier nicht. Ruh' dich so! Boah. Also... Dank Kindergarten fang ich jetzt erst wieder damit an. Guck mal, ich hab ihn hier behalten. Steine Anwalt. Fand ich damals schon toll. Oh, ob mein Stein immer noch lebt. Hier, Hans. Der liegt irgendwo bei uns im Garten, glaube ich. Wie Günther? Ja, Günther und Hans. Ich hatte zwei, aber wir haben immer nur einen gefunden. Beim Rasenmähen wird er mir auch fallen. Das war so geil. Ich letztes Mal beim Rasenmähen auf einmal BÄM. Ich so, was war das denn? Mit einem Rasenlack da hinten. Scheiße. Mein Leben. Oh, F***, Alter. Ich hab' nie noch da feiert drauf. Ja, du feierst doch noch. Wir müssen alles noch mal machen. Wieso? Das ist jetzt noch kein Sturm. Oder doch? Richtig, bis jetzt. Das kann sich ganz schnell ändern. Ja. Boah, da wär's ja eher. Ab einmal. Ab einmal, ganz schnell mit zweimal. Ja, schnell mit zweimal. Ganz schnell zweimal. Kann er sich immer da raushalten? Der Junge ist echt schreißig. Überall mischt er sich ein. Komm, gibt euch. Töte ihn. Der gehört mir. Alter, wie das aussieht. Mein Gürnchen. Oh, Gürnchen hat Schaden genommen. Vielleicht wird er zurück ins Glas gepackt. Demonschuss, mein Gürnchen. Das ist so dauerhaft. Seit ich das angefangen habe zu spielen. Seitdem bin ich verspürt. Mhm. Da kommen Eier geflogen. Janine, halt dir das runter. Das ist voll cool. Du kannst das und das machen. Und du hast es noch gefeiert. Mhm. Ja, das wär cool. Richtig. Entschuldigung, die ich auf Habe. Ich weiß, dass ich dran ja von ihm und du dabei hast. Das fand ich nach doch. Bleib doch mal stehen, du Würstchen. Auch wenn du kein Würstchen bist. Ich kam aus gestern, was du aufschließt. Du Humpelchen. Was ist mit ihm? In dein Pöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Der ist aber auch rumgefahren zu dem Föst. Jo, nicht schlecht. Ich sag immer so, Föst und den Popo. Ganz viel Explosion. Das macht ganz weh. Was sind getroffen? Oh scheiße, warum lieg ich denn auf dem Board? Was ist denn mit mir? Wo bist du denn? Gleich tot. Wo bist du denn gleich tot, hä? Fragestellung einfach mal nicht bei dir. Das weiß ich nicht, aber bei dir steht Däume. Sehr ruhig, wenn man sehr ruhig ist. Hallo. Kuscheln läuft heute nicht. So ein Scheiß. Ich komm wieder hoch hoch. Ah ja. Kann er jetzt mal sterben? Nee, bring ihn mal hoch. Bring ihn mal hoch. Okay, er kommt. Er kommt freiwillig. Klappt das schon zufällig? Okay, nee. Ich wollte eigentlich auf dem Board kriegen. Ja, danke. Das ist doch schon... Oh, guck mal, ich hab's verwundet. Stolz, alter. Bin stolz auf dich. Das hab ich die letzten Tage aufgehört. Das bin ich gar nicht gewohnt. Ohhhh. Ohhhh. Aua, aua. Kann man direkt nach Hause bringen? Oh, du! Oh, geil. Wollt ihr wieder abschreiben? Der hat das doch mal unter euch. Privat. Du kannst nicht mal zu ihm nach Hause gehen und das klären. Warum immer hier? Das macht man nicht in der Öffentlichkeit. Wir sind zuhause. Wir leben hier. Ja, aber im falschen Riff hier. Wie man sieht. Aua, bin gefallen. Ich bleib... Ahahaha. Ohhhh. Juju. Ich werd dir gerade... Das ist doch gewischt. Ja, ich auch. Seid ihr schlank. Jetzt hat die Ola auch noch keine Ausdauer mehr. Ich glaub's nicht. Jetzt häng ich an Dämon-Ju dran. Jetzt häng ich an Dämon-Ju dran. Boah. Boah, der hat mich voll weggekriegt. Das Glück in der Power. Ich bin gleich tot. Hahahaha. Hahahaha. Alter, mach die Pferde. Ich werd nicht sagen, aber heute kämpfen die ganz schön oft und lange miteinander. Ist doch gut. Dann sind wir gleich tot. Und? Was ist mit ihm denn kaputt? Oh mein Gott. Ohhhh. Da sind wir zwei zu viele. Ich hab keine Karte dabei. Ahhhh. Hier hinten. Booster. Kein Mantel mehr. Klar, wenn du abhaufst, schnell ich bo... Oh, dahint ist auch noch ein Booster. Ich hab keine Ahnung. Nehmen wir uns. Mann, ich wollte dich miteinander ranlassen. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Irgendwie schon super hübsch, ja? Aber auf der anderen Seite sieht sein Gesicht sowas von enkelhaft zusammengefügt aus. Das hat ja die Pest. Ich mein, das ist nicht Demonschuhe, ne? Ja, weiß nicht. Kann ich nichtIS. Ach neeihihi. Missisch. Did es々 soybean吗? No, I didn´t. Ich hab keinssenaca. Ich gucke doch nicht aus. Ich kühle dich ganz so schön aus. Er ist gefallen. Wir sind auch gekriegt und gefeuert. Das habe ich gestern... Nee, Puck ist auch echt. Gestern habe ich ja gar nicht besucht. Oh, das tat mir irgendwie was gut, diese Ruhe. Hallo! Jetzt haben wir gefüllt. Jarlene ist tot! Dreckig halt die Schnauze halt. Jarlene ist tot! Ich bin auch weg, Puck! Jarlene ist tot! Oh, bin ich gerade... Ah! Oh, bin ich gerade... Oh, bin ich gerade unterwegs. Oh, bin ich gerade unterwegs. Endlich käme ich alleine. Ich bin rechter. Du kannst ihn doch nicht alleine lassen! Das packt der. Der ist gerade schon auf die Fresse geflogen. Nein! Hey! Jetzt hauen wir ab! Ich sag ja heute ab! Lass mal sehen, was endlich stark ist, ey. Der hat richtig Muckis. Nee! Ich hab einmal... Ich hab einmal... Ich hab einmal... Der hat ihm einen Stickerfinger gezeigt, dann ist er abgehauen. Ja mein Gott! Ich hab ange... Angeforscht! Hoi! Der Arme! Selbst da tut er mir leid! Der geht der Falle? Ja! Ja! Beide! Boah wie er sich schüttelt! Wiggle wiggle! Dadadadada! Dadadada! Wiggle wiggle! Wiggle wiggle! So mit O! Ab mit dem Ding! Echt? So mit O? Mhm! Trink mein Ehren nur noch! So mit O! So mit O! Ich kann doch mal steigen die Bank. Ich hab die Opfer geblieben. Nehm ich. Spende! Eine Spende! Die, die, die... In der Bahn oder was war das? Ja. Eine Spende! Ich find die so cool. Ach so! Ah! Ach so... Jaja, okay. Alles klar. Was ist das denn? Aber irgendwie fand ich sie echt mega cool. Ich fand sie so cool. Also ohne Wupp ist das sofort. Zuerst redet sie so ganz, ganz cool. Eine Spende. Und danach geht die voll ab. Das ist wie der Typ, der bei mir da... der mich und Antonia durch den Mann gemacht hat. Es war da voll normal. Guckst so, ja, alles so kleine Schlamm. Und so, weißt du? Dann kommt der zu uns und sagt so, ich finde dich. Und so, hast du gelacht? Ich fand das so lustig, ne? Es gibt sehr verstörende Menschen. Ist einfach so. Es gibt so verstörende Menschen. Ich fand das so geil wie... Ja, super. Schick rüber. Ich hab irgendwie voll Bock auf die... Oh, hier. Was war's denn? Ah, ich kam grad hin. Ah, ich hätt's gerade noch drin gehabt. Ich sag' ja, ich bin im... Ich bin beim Kämpfen und schon vergesse ich alles. Ich hab mir eifelt gar nichts. Ah, ich bin voll reingerannt. Bin ich dumm. Mhm. Hey. 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 Nein, nochmal, nochmal, nochmal. Scheiße. Oh. Brüll nicht so. Aua. Flimme, Junge. Limme, Junge. Scheiße. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, das war nichts. Janine. hättest du am besten jetzt dort bleiben man geht in der Kopf genommen worunter nö, ich bin jetzt nicht mehr oha oooh, Demonschuhe nee alter steht er auf ihn, oder was? steht er auf ihn? das ist jetzt so komisch ja die bei mir im Revier kämpfen schau mal, juckt es ihn heute nicht heute vor allem warte kannst du jetzt bitte auch nicht sterben es ist nicht so schwer wie denkt ihr auch so? haha, ist dagegen gelaufen ist gerne mal Controller ich drücke, trotzdem übernimmt das nicht keine Ahnung so gut er hat den Totenkopf, wer hat den Falle? ich hab Farley ich hab auch Farley der hat den Totenkopf der hat den Totenkopf mach bitte bei mir nicht mach bitte bleib dabei, sonst bin ich recht tot nein knapp, weg ich würde sagen, Janine komm her, mach mal aber mach ich jetzt auch einmal darf man noch sterben nein doch nein stand nur noch einmal ja, einmal darf ich nur sterben nein aber vorhin sind wir auch dreimal gestorben und dann gixen doch nö doch nein die eine Falle mit der Schnippel ist ab er ist in der Falle er ist in der Falle er ist in der Falle das war nicht lang genug nochmal bitte in der Falle ich hab keine mehr nächstes mal sag doch Bescheid dass wir in der Falle sind hab ich doch ich hab keine mehr jetzt oh ich renne zurück und hol noch eine hallo ja ja ok es war einfach nur eine Falle gesetzt boh ich glaube dann war er zu seinem Arsch schön ich bin extra zurückgerannt es sei aber jetzt nicht so freck hier es war immer noch dein Monster man bitte was es ist so ein schönes Gefühl wenn die Nase frei wird alles Lebensretter außer ich alles Lebensretter oh Gott jeder 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 juli 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 Und sie läuft schon wieder alleine. Oh, ist das schön. Ich brauche Geld. Guck, ich bin Lebensretter, Alter. Scheiße, was habe ich denn jetzt verkauft? Ich finde das so geil. Ich mag das. Langsam gewöhne ich mich dran. Warte, sie macht das in der Mission, das ist ja alles Wurst. Ich mag Wurst. Sie macht das, wie sie will. Ich auch. Nur von mir selber. So, nächstes. Ja. Nee. Kommt, Assiski. Kommt, Assiski. Ja. Mann. Frau. Nee. Mann. Doch, weiße. Das ist die kleine Schwester. Scheiße. Gleich hört man zu denen schreit. Warum? Nee, Ende, Alter. Ich sag jetzt nur, jetzt kommt ein Assi viel. Ich will gucken. Janine, du darfst jetzt nicht in den Stream gucken. Zu spät. Nee, nee, ich sag V. Wir brauchst nicht wissen. V und H. Oh, nee. Ich, ach. Ich zieh mich mal um. Oh, ich hab's gesehen. Ja. Ich. Ich, ach. Du hängst. Du bist nett, Mann, doch, weißt du. Glaub ich, dass ihr nicht irgendwie... Ich hab immer euch die ganzen Dinge umgeändert. Es leckt mich am Arsch. So ein bisschen... Ich glaub ich, da weiß ich nicht, dass man es nicht... Oh ne, warum hab ich jetzt kein... Oh, als ob ich das jetzt wieder... Ne. Was ist das denn für ne Scheiße? Was ist das denn für ne Scheiße? Ich hab super. Ja. Oh. Oh, du hängst. Ja. Ja, ein bisschen. Fängt auf. Nee, nirg'n bisschen. Das ist auch schon lange. Ey. 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 Ja. Hm. Kritische Situation. Reicht jetzt. Find ich auch. Gut. Es wird mal ernst gemacht hier. Ja. Ja. Nee. Ja. Na gut. Reicht jetzt, hallo? Die war schon lange kaputt. Nein, den Bon gibt's nicht mehr von dir. Kann ich nicht mehr tauschen. Die Reparatur wird sehr teuer. Oha, du bist so botz, Alter. I love you, too. Nee, die nicht. Oh. Oh. Kritische Situation. Ganz dünnes Eis. Ganz dünnes Eis. Ja, genau diesen Smile im Kopf. Ey, lass es sein. Das ist meine Mode. Bitte nicht. Doch. Nein. Doch. Ach, egal. Ich lass das jetzt einfach so. Du hast die Sitzung verlassen. Mhm. Nein. 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 Nö. Das für ein Ja. Das ist scheiße, wenn man dich da nicht hört in der Party, äh, in der Party schon. In der Party?! Das ist scheiße, wenn man dich da nicht hört in der Party, ja, Jenny. Verreck dich. Junge, ey, du bist doch harmlos. Ich hab schon richtig, äh, Brustkorbschmerzen vom Hus, so wie so'n Muskelkater. Auf Statik, ich würde ja jetzt grad gern mitmachen, aber auf der anderen Seite, ich mag Kirin nicht. Kirin ist scheiße. Nein, ich seh grade, dass er hier was offen hat mit Kirin. Ich weiß auch grad, sei, hä, bei mir wird nix angezeigt. Gut, ne? Alles privat. Soso. Ah, herrlich. Warte, was? Was bitte? Davon weiß nicht mal ich was. Was hast du mir nicht erzählt? Das, was ich selber nicht weiß. Ich dachte, wir erzählen uns alles. Ja, wir auch, aber er erzählt uns nicht alles. Ich versuch die nicht so schnell rauszureden, ne? Wer sind diese Leute? Ich möchte am besten nichts mehr da zu sagen. Das ist schon ein bisschen komisch. Das ist schon richtig komisch. Tote Stille? Ich hab mich grad auf diesen Liedtext konzentriert. Ich check das jetzt erst. Na gut. Was ist das? Gewarnet. Soll ich dir den Witz erzählen? Nein, nein. Doch, ich muss dir den erzählen. Ey, lass es sein. Das ist unser Ding. Halt die Schnauze. Ich verlass die Party und geh, ne? Das tust du eh nicht. Und doch. Du kommst doch nachher aber wieder rein. Erkenn dich. Mach jetzt um. Ich kann nix aufmachen. Warum nicht? Weiß ich nicht. Mach was. So war ich dein Heroin-Gigantenergie. Wie gedeutscht? Weiß ich nicht. Verlernt. Das ist jetzt aber vielleicht ne Ligianer. Ja, schön. Was wird deutsch? Das sagt er mir hier. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Der steht doch dran. Ja, ne, ja, nicht. Ich erzähl ihn dir sonst. Ich drohe dir. Versammlungsstätte. Warum fühlst du dich nicht wohl zwischen uns? Nee. Das wurde ich auch vorgestern. Warum? Da war ohne im Kaputt. Ja. Oh ne, war kaputt. War? Mach nix, krieg auch mal in unsere Tourette. Alle. Ja, alle. Ich konnte nicht mehr. Ey, ich hab so geheult. Das ging... Das ging gar nicht. Ja, ne, da sind wir gar nichts gegen. Später. 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 Und doch, ich muss das wieder spielen. Brauchst du mal wieder ein bisschen was? Ich muss ja meine Gaspacks mal wieder aufhören lassen. Die sind bestimmt schon wieder ganz drin im Defekt. Die Gaspacks. Ich könnte ja einfach mal vielleicht runterladen für die nächsten Tage. Und dann können wir uns das mal angucken. Dann zeigen wir dem Chat mal, was wir da für einen Scheiß haben. Dann ist der auch jetzt runtergeladen, war PS Plus drin. Okay, Statik, alles klar. Ich mag den auch echt nicht. Wenn einer gestorben ist, man konnte den so übelst langziehen, auf einmal hing der Kopf woanders, das Ball woanders. Ihr habt die Ausnahmen noch, glaube ich, auf meiner Xbox-Seite. Ich habe auch noch ein paar, glaube ich. Riecht der Handy? Durch die Henkelschneider da. Sein Kopf ist mal drei Kilometer weit weggezogen. Dann ist er so komisch hin und her geflogen. Das ging gar nicht mehr. Ich habe so geheult. Ey, das war so geil. Ich war noch nie nach dem so fertig wegen etwas. Ehrlich. Also das ging gar nicht. Die Hühner noch leben. Weiß ich nicht. Du Gaspacks das erste Mal, wo du dich draufgesetzt hast. Alter, wie das Ding abgeht. Bei jedem neuen Handy-Vertrag gibt es einen Gratis-Routen-Nutzung. Und Telekom aufgebaut. So wie Minecraft erst mal im Magazine gepackt. Ey, ich spürs den Minecraft, ne? Richtig Bock wieder. Hab ich irgendwie alles. Das ist wenigstens erspannt. Na ja, ja. Es sei denn, die Klötze platzieren sich nicht so, wie du es willst. Arke. Bei Arke war das ganz schlimm. Da konntest du irgendwie nichts richtig dran setzen, weil es immer abgefuckt hat. Ey, das ist so nervig gewesen. Wenn du ein bisschen da so einen Boden bauen, dann kannst du da eine scheiß Platte nicht in die Ecke setzen. Ich mach jetzt erst mal den Nair-Giganten auf. Ich hab halt... Oh, wie ärgerlich, ey. Wenn da auf einmal die Basis weg ist. Das ist richtig, ey. Das kennst du, ne? Das kennst du. Ja. Ja, das kenn ich. Das kennst du mit deinen GTA-Autos, ne? Ja. Meine ganzen GTA-Autos waren weg. Also ich hab wirklich jahrelang nicht gespielt gehabt. Da wird gut, ich guck mal wieder rein, hab mal wieder ein bisschen Lust drauf und so. Auf einmal waren alle meine Autos weg. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Ich hab grad grad gesagt, ich glaub, das war Kaju. Ja, schön, dass es bei dir Spielhalle war. Super. Ja. 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 Ich weiß nicht, dass ich genug Geld hab. Na super. Du musst auf Xbox auch mal wieder weiterspielen. GTA, damit ich da auch mal weit komme, ey. Playstation hab ich jetzt schon alles erreicht. Ich warte immer noch auf mein Geld. Ja, ich hab ehrlich gesagt irgendwie die Lust verloren gehabt, weil alles weg war. Ich hab keine Bock, mir alles wieder neu zu holen. Das pisst mich richtig an. Ach, ich hab mir überlegt, mein Logo vielleicht auch auf ne Tasse zu bringen. Mein GTA-Logo. Irgendwie viele fragen nämlich, ob ich dann das GTA-Logo drauf machen kann, also die da mit drin sind. Das ist eigentlich schon ne geile Idee, ne? Die feuern irgendwie das Logo, keine Ahnung. Ja, ich hab schon so überlegt. Könnte man eigentlich machen. Warst du bereit? Ich bin jetzt gespannt, es geht jetzt um den Niergiganten. Genau, um den Niergiganten. Um den Niergi. Es ist nicht mein Tag. Ich bin krank. Das ist keine Ausrede. Ne, ist ne Tatsache, Janine. Ja, aber das zählt trotzdem nicht als Ausrede. Ne, aber als Tatsache. Ja, aber es geht trotzdem nicht als Ausrede. Ganz dünn ist Eis. Kreis angefangen. Geht nicht mehr. Ich darf zwar keinen Besuch empfangen, aber egal. Warten mal, ich will meine Hose wieder ändern. Ich hasse die. Das sieht sich so falsch an. An den Niergiganten Ostern bin ich ja eh da. Solange müsstest du's noch aushalten. Was war das? Die hier, genau. Die hab ich. Scheiße, jetzt kann ich hier gar nicht die... Ja gut, hat ja noch Diamanten. Ja, jetzt sieht meine Lebensanzeige doch gleich wieder viel besser aus. So. Ey. Ey. Geh was essen. Ich auch. Ich hab Eddie angeguckt dabei, aber egal. Ich weiß. Nein, ich hab Angst. Ich will da nicht hin. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, ob ich da mit dem Großschwert hingehe. Naja, erstmal angucken, das Vieh. Wenn es lädt, muss ich immer so lange warten. Ich will jetzt einfach zu spielen. Ich komm einfach mit. Weil ich sonst alleine bin und ich mag alleine nicht. Nein. Ja, ne? Oh. Danke. Geh will ich nicht dran. Gefühle. Was ist das? Zurzeit sehr, sehr schwer zu erklären, keine Ahnung. Nein, man kann nicht schreiben. Ich glaube. Heikles Thema zurzeit bei mir. Wir fliegen übersteuern. Baby, hi. Danke, das hab ich wieder zum Ohr. Die drückt jetzt rein. Oh, anfassen. Muss ihn anfassen. Anpassen. War voll auf sein Stiefel. Aua. Er ist ganz schön auf den Kopf gefallen. Aua, ich bin gefallen auf den Kopf. Aber scheiße. Das weiß ich. Hey. Weißt du, was das geile ist? Johnny kann nichts mit zukommen wie auf der Recke. Das ist richtig. Und wichtig. Oh. Er frisst mich. Das ist ein Leckermäulchen. Oh, Leckermäulchen gut. Leckermäulchen. Leckermäulchen, du. Diese Werbung, ne? Ich hab jetzt Werbung in meiner Werbung gemacht. Was? Nein. Ein Arztfreund, der steht da. Oh, Schlachel. Ich bin. Ich bin. Aua. Ich muss der Jocken erleben. Aua. Nicht mit der Peitsche. Ich bin. Genau, sowas ist ja echt wahnsinnig. Die ist eher traurig. Ich bin. Ich bin. aber er hat mir die kralle gestellt Alter, ich hab einfach nicht getroffen, guck mal, er guckt mich noch an. Ich hoffe, was passt du da für ne Scheiße. Alter, ich hab ein Problem mit mir, glaub ich. Aua, jetzt lass mich doch in Ruhe, Fetty. Au. Lügel sieht verdammt geil aus. Warum immer ich? Na, warum denn nicht? Jetzt hast du das Problem, jetzt. Ne, jetzt reicht's. Jetzt mach ich dich fertig. Oh ja. Oh, warum bleib schon her, hä? Komm her. Ich schlutz dein Hörnschen. Bam, bam, bam. Und ausholen. Und genickbruch. Bei der Anzeige bei uns, wie gesund aus ist, immer so. Ich kann jetzt nicht mit drauf holen. Bitte, 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 bitte. Ja. Ja, wird einschlafen. Wohohoh. Oh oh,ohoh. Oh. Oh oh,ohoh. Oh oh,ohoh. Das ist kein Gift. Ich praus sie wieder hinhoffen. Ich hab ihn mit einem Stein geworfen. Der hat mit Stein bekommen. Ich bin tot. Andy, ich warte da mal, bis du da bist. Oha. Oha. Sag's dir! Das wird's doch gar nicht mehr. Jubelbongo. Das ging aber schnell. Ich bin sehr stark verwirrt. Schön. Ich rieche schon wieder hin. Ich rieche schon wieder hin. Ich rieche schon wieder hin. Äh, nein. Ich rieche nicht. Wieder zurück. Ich rieche schon wieder hin. Oh, angucken. Oh, schnell angucken. Ich rieche schon wieder hin. 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 Mhm, nicht mehr. опrügelt. verprügelt. Wie geil, dass rauskam. Ich hab ihn verprügelt. Nur weil er kleiner ist als du. Doppelt nur? Ach, Gott. Ah, du bist gefallen! Du bist auch gefallen. Ich bin gefallen. Ich glaube, du bist auch gefallen. Weiß ich noch. Oh, ich bin auch sehr gefallen. Oh, Andy, das hat aber voll weh. Karten? Was? Du wolltest gegen die Wand karten? Habe ich das jetzt richtig verschlagen? Gegen die Wand karten? Was? Die Sau. Ich bin ja nie mehr. Ey, ich war wirklich gegen die Wand karten. Das ist mir irgendwie leid. Hörst du mal? Was? Was? Schon lange? Von Anfang an? Woher? Ich weiß es nicht. Ich hab ihr nichts geschickt. Keine Ahnung. Äh, echt jetzt? Oh, du Scheiß. Ich dachte allgemein, dass du ihr das gesagt hattest oder so. Nein! Ähm, okay? Zumindest nicht, äh, mit dem Discord. Ich weiß es nicht. Ich dachte, du weißt es nicht. Ja, kannst du ja ruhig lesen. Warum weiß ich da völlig nichts? Ich weiß es nicht. Ich dachte, du weißt es. Nee. Oh, ich hab damit kein Problem. So ist das Ding. Kann ruhig jeder reinkommen. Nein. Oh, Gott sei Dank. War auch immer. Nee doch. Ah, nee. Sein Schwänzel hat was abgekriegt. Weiß Bescheid, ja? Es geht. Ja, aber der Angriff voll, der war echt heftig gewesen. Also wenn du angeschlagen bist, ist es scheiße. Weiß ja bei den anderen auch alle. Diese Stacheln, ne? Schön, dass sie dir auch auf Twitch folgt und ich darf nur nichts weiß. Auch schon lange. Ja, ich lese es gerade. Ach so. Das fand ich bei dem, ähm... Normalen, ähm... Fand ich das auch echt heftig. Der war irgendwie schlimmer als er jetzt, finde ich. Oder es lag an der Arena. Kann auch sein. Ja. Vielleicht der auch mal, es lag an der Arena. Oder allgemein auch so, weil das ja der letzte Linkster war. Ja. 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 Komm, wir haben die Schweiße nicht abgekriegt. Oh, nee. Jenny, was hast du denn da mit mir für ein Video reingeschickt? Ah! Unser altes GTA-Video. Das ist ja eklig. Ja, ne? Ich hab Bio auf, äh... Ach, genau. Ich weiß nicht, wann da das... 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 Ich weiß nicht, wann da auch mal reinkommen war. Ach so, das ist... Ach so, das ist... Oh nein. Mit dem Kuchen mal weiter. Ey, komm, das war richtig cool aus. So verschiedene Farben, aber gleich im Style und alles. Du hörst das so schön rückwärts, dann komm ich hin. Ah! Ich sag jetzt mal wieder Suppe mit Huhn, ja? Heute gibts wieder Essen. Juhu! Und dann kommt Andy einfach... Ach so, mitgebracht. Das ist alles kaputt. Ich fand das aber voll geil mit dir, ja. Du kannst, äh, gerne reinkommen, wenn du magst. Ich nenn dich jetzt Hütchen. Ich seh das voll geil. Wenn das okay ist, nenn ich dich Hütchen. Oder Huhn. Nichts, ich nenn die einfach Huhn. Ich geh auch nicht gern drauf. Ich geh auch nicht gern drauf. Ich geh auch nicht gern drauf. Du meinst ja Hütchen wie. Du bist sehr verstörend. Das ist nicht nett, wie man hier redet. Ne, kannst du gerne reinkommen. Ja, glaub ich... Ne, lohnt sich mal. Hab ich glaub ich auch gemacht, oder? Oh, eh, hier. Lass beitreten. Brauchst du die ID wieder und sowas alles? Ich weiß das jetzt nicht. Wenn ja, dann dort. Gott, dass wir... Ja, ich hab äh... Ich zeig grade. Ende, ich komm gleich. Erscheine gleich. Das muss ich hier ja hier morgen erst mal schreiben, ja. Warum bin ich hier... Ne, also... Meiner Sohn, ja. Ja. Die spinnt ja wohl mir das nicht zu erzählen. Direkt. Ich geh da gleich noch rüber, das kannst du glauben. Ja, dann los. Aber mit Herzen. Ich hab hier... Ich hab hier einen Schlüssel. Frechheit. Und... Hast du es? Hast du... Fertig? Wenn nicht, musstest du es nochmal sagen, wenn du das noch brauchst. Das hab ich schon so versucht, das musst du nicht damit nicht. Oh, wie damals sowas, ne? Oh Gott. Oh Gott. Ohne Tränen und ohne Haare ziehen. Ohne Beißen und... Zwingen. Ja. Gibt's direkt in der Stroh. Okay, alles klar. Ende, wir bekommen jetzt Hilfe. Immer am Bahnhof, immer. Da ist immer nur nichts passiert. Nicht nur da. Ich bin Havel auch. Hannover ist auch nicht besser. Hannover ist auch nicht besser. Ja, Hannover ist, ey. Hannover, mein. Oh, Berlin geht gut. Ne? Mit denen kann ich mich schon hier auseinandersetzen, mittlerweile. Ich sag jetzt nochmal grob für die, die jetzt da gerade zugucken oder gerade reingekommen sind. Tut mir leid fürs ganze Zeit Husten. Ich bin immer noch sehr erkältet. Wir aber trotzdem zocken. Ey, du kannst keinen Streamern machen. Ne. Das ist... Nicht, äh, vorbildlich. Ne, echt nicht eigentlich. Aber sie mögen das, ist okay. Ich mag dich! Wenn derjenige hier zugucken würde, der, ich mag dich einmal, damals zu mir gesagt hat, oder geschrieben hat, dann würde ich so den Lachanfall bekommen. Ich würde mich nicht mehr einkriegen, wenn ich diesen Lachen hier lesen würde. Ich heule. Haben die das eigentlich schon mitgekriegt, dass ich gar nicht mehr da hause? Das weiß ich nicht. Ich hab keine Ahnung. Ja, trotzdem Huhn. Das ist... Ach, das ist mir richtig unangenehm. Ehrlich. Aber die ganze Zeit immer herzend ausmachen und dann wieder anmachen, das ist so nervig. Huhn. Ich nenne ihn immer Huhn. Ist ein super Huhn. Ich hab sowieso... Ich hab die beste Community, die es gibt. Die heißen alle wie Essen. Hey, was hast du? Ich find das mega geil. Du bist ja eigentlich auch Mello wegen Marshmello, aber du bist genauso. Hey. Pssst. Ja, zu spät. Hey, Marshmello. Hallo. Marshmello ist ja auch geil. Ja, siehste. Marshmello ist ja trotzdem geil. Ja. Die Submuten ist nicht so geil. Doch, ist auch lecker. Lecker. Muss nicht sein. Hä? Oh, wieder die falsche Richtung. Ich hab nix dagegen. Es ist halt mir nicht so gerne. Ne. Ohne, das hast du jetzt nicht geschrieben, ne? Aber schön. Wir können dich auch. Kannst mal nicht in der Wir-Form reden. Wieso? Hat auch gesagt, wir haben uns. Also muss ich sagen, wir dich auch. So. Super gemacht, Janine. Stolz auf dich. Was denn? Es muss ja nicht heißen, dass das direkt was negativ ist. Warte. Ich werd Janine mit dir. Hallo. Ich warte dir, dass Tare du großbeziehst. Ich werd nicht mehr. Ich warte dir, dass Tare du großbeziehst. Ich werd nicht mehr. Hallo. Ist doch bitte. Gott sei Dank braucht man dein. Hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Ich bin nicht sterben. Ich bin auch zu jung. Ich kann damit leben. Ja, du bist heute sterben. Geh weg! In dein Ding, in dein Ding weg. Oh, es will nicht essen. Wir leben hier weg, wir leben. Er ist so fertig. Jennys Dame wäre dann Börek. Oh, Börek. Wo hast du mich dran erinnern? Obwohl, Tzatziki? Nein, nein, Tzatziki. Ein Börek ist lecker. Ah, nur mit Tzatziki. Oh ja. Alles klar. Hab ich mir schon gedacht, dass du Asuki bist. Ey, der Name ist cool. Gefällt mir. Zumindest hört sich das hier nicht nach Essen an. Ich glaube, das wäre ein Lerke richtig verstört, wenn es hier immer nur um Essen geht. Dann würde ich auch schnappsen. Dann würde ich auch schnappsen. Mal wetten, er möchte auch lieber ein Hühnchen. Ich würde euch sagen, Katja in die Party reinkommen. Ich würde euch sagen, Katja in die Party reinkommen. Wenn du dann magst, Katja möchtest. Willst. Dich traust. Alter, das hört sich jetzt wieder an, wenn du sagst, ich traust. Da weisst du drauf. Jetzt lieber nicht mehr. Noch nicht. Stimmt. Doch. Das wäre, glaube ich, eine Lüge. Du musst nur draus bleiben, weil wir reden ja nicht mit dem Geist die ganze Zeit. Ja, ich meine, das liegt jetzt. So wie du in Rocket geflogen bist, glaube ich wirklich, dass du ein Geist bist. Grüßt mir die Aliens. Hey, Jenny, machen wir nachher auch noch, ne? Ich komme nicht mehr klar. Wir werden wieder hochkommen. In Rocket. In Rocket. Guck mal, du bist fertig. Ich kann nicht mehr. Ich habe wohl eigentlich so verstört. Boah, ich dachte, wenn du dich hinfährst. Willst du mir gerade sagen, dass es von dir liegt? Wäre das ein Kompliment? Nein. Okay, dann nicht. Das ist das eigentlich gar nicht. Okay. Das habe ich gehört. Das habe ich gehört. Danke. Jetzt hängt der Schnippel da unten in der Wand drin. Da wär's nicht mal Wand vor allem. Erde hier. Mit dem Boden. Oh! Es! Ja, ich auch gleich. Blumenwiese, Blumenwiese, Blumenwiese. Wir herrschen. Herrlich. Eigene Namen gemacht. Die wurden in die Hörner gestützt. Schade, dass da keine Falle funktioniert. Er muss immer gleich so überreagieren. Er hat einfach nur Hunger auf Ruhe. Hat er nicht gesagt, was? Oh nein. Ganz trocken. Ganz trocken. Ohne ganz trocken. Ganz... Ganz... Oh, doch gerade so. Ey, Jumme. Die wollen hier, dass ich hier irgendwie lande, aber mit der Zendier auf der Karte. Hä? Das ist das gleiche wie in dem Baubank. Geh einkaufen. Du suchst jemanden, aber es gibt keinen. Ja und alle ab? Ja. Nee. Ja. Überall das gleiche. Ich bin für diesen Bereich nicht zuständig. Ich bin für diesen Bereich nicht zuständig. Nie in diesen OBI in Hesse schon noch. Junge, ey, das... Nee. Also, zu brech. Danach sehe ich, dass er trotzdem an der gleichen Abteilung die ganze Zeit steht. Und ich denke mir, klar bist du dafür nicht zuständig. Alles gut tun. Alles gut. Alles gut. Das ist ein Markenzeichen. Kleidung gibt Schlüsse aus der Tasche. Damit man sieht, wer zum Markt gehört. Den man ansprechen muss. Ach so. Ach, die man im Hals hängen kann. Ja, okay. Ja, ja. Kann ja nicht jeder Monsterjäger sein wie wir. Die hauen mich ab. Doch. Ne, doch. Die Wittexpertin. Die ist immer diejenige, die abhaut. Große Klappe und verpisst sich. Kannst ja auf Mitarbeiterjagd gehen. Mitarbeiter des Jahres. Wittexpertin. Das Spiel war gerade weg. Tut mir leid, tut mir leid. Das Spiel war gerade aus, weil ich... Ich habe gerade keine Nachricht lesen, Huhn. Tut mir leid. Huhn hat nix geschrieben. Ich weiß. Ich meine darüber... Ich habe hier nichts. Das ist alles für die privaten Nachrichten. Der von Huhn. Die allererste. Für mich geert. Ohhhh! Das ist ja irgendwie, ne? Wenn das so ein paar sind, kannst du ruhig mal teilen. Was soll ich tun? Deine Zuschauer. Ein paar Zuschauer-Teile. Was möchtest du denn mit den... Das gleiche wie du auch. Da mach ich aber nichts. Außer Stream. Und du so? Ja. Was? Was ist denn hier? Ich hab halt gesagt, dass meine Schwester jetzt sein Alter ist. Wirklich das? Wer sagt das? Er sagt ja. Aber das weiß doch gar keiner, wie alt ich bin. Oh ne. Ey JD. Das ist doch super cool, ne? Warum? Ich hab doch nur so einfach gesagt. Nichts anderes. Ich hab auch kein Bild geschickt, wie ohne... Ohne, sag ich schon. Ohne Marmold. Ohne Ball. Was hast du denn gesagt? Was denkst du denn, was ich gesagt habe? Na, wahrscheinlich ein falsches. Vielleicht? Was hat sie denn gesagt? Soll ich nicht sagen, dass du 30 bist? Was hat sie denn gesagt? Hänen... Mhm. Ach. Red die über Spänze. Mann. Immer krieg ich hier wirklich noch Probleme. und ist auch so verstört er humpelt so weg er hat die schnauze voll von uns auf geht's ich hab gar nichts zu da ja doch da dachte schon oh wie süß ich hab wenigstens eins der ist so groß den kannst du gar nicht vermissen der ist so groß den kannst du gar nicht vermissen ich kann nichts hören es ist zu dunkel ich bin schnagel deswegen ja es ist genauso blöd ja das finde ich auch schade ich bin doch schärfen ich kann ihn nicht hören es ist so dunkel ich kann grad nicht mehr nein Go! Golden Rockstar! Ja, ne? Ich weiß es nicht, entweder das Schwänzele hier hinten, oder? Oder das, was du da vorne hattest? Hattest du? Ich weiß nicht, ob da was weggeflogen ist. Du bist gut, das hat Olin auch gerade gesagt. Oder? Ne, war das nicht so ähnlich? Ja! Ich glaube, man hört dich. Du bist der echte Sack hier. Stimmt, man hört dich noch gar nicht. Danke, Statik. Du bist der echte Sack hier. Du bist der echte Sack hier. Das ist ja eigentlich nicht. Neues Brot! Äh, danke! Oh, ey, alter, ganz ehrlich. Auf den ersten Schlag geschafft. So geil. Ich hab'n Glas voll Dreck. Ich hab'n Glas voll Dreck. Und rat' mal, was da drin ist. Rat' mal, was da drin ist. Zeit ist Holt im Ohr. Scheiße! Ich hab' ja mit auch geguckt. Da war' mal wieder Zeit. Find' den Mix gut. Guck' mal, was das für'n Selfie ist wieder. Das ist der Hammer. Sexy. So. Reicht's heute auch wieder? Ja! Oh, Junge! Schreib' mich nicht da an! Zinokre! Zinokre! Oh, ich hab'n Erfolg bekommen. Wie schön! Töte einen Ruinenmeer-Giganten in den Leitlanden. Oh! Oh! Schön! Ja, klar kannst du reinkommen! Kannst einfach beitreten! Jenny! Ja?! Zieh' den mir mal ohne Herr Kuhn und rein! Oh, da ist hat gar keine Ahnung! Oh! Was machst du da? Wieso tust du das? Ich schlafe ihn jetzt! Moan! Was ist der Pumia? Was ist so gut? Schlimm, das ist der Pumia. Aber ja, Moment. Was ist denn, wir müssen in einer steckenden Bäume abgucken? Warte mal. Warte mal. Hä? Wieso zeigt er den, ähm, die Person mal ab? Warte mal, das hört sich als alles verschwommen an, ich muss mal kurz ins Menü. Ich verscheide mich ruhig in den Nost. Ja, aber geht nicht. Oh, geht der doch? So fühl ich mich gerade. Hallo? Hallo? Was hast du gesagt, Ende hier sind, äh, Aushaufverzeichnungen bei Alu oder wie? Ah ok, mal gucken. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ähm, wie heißt du da nochmal? Ja, starte kein Ding, kannst reinkommen und natürlich auch wieder rausgehen, aber trotzdem hallo. Äh, ich versteh das nicht. Ich versteh das auch nicht, warum das hier grad so abfuckt bei mir. Guck mal auf links. Ich will, ich will Huhn einladen, aber es geht grad nicht. Ich hab dir ein Bild geschickt. Wo ist das? Der ist da nun so. Das ist jetzt schon wieder. Warum hab ich Feuer gemacht? Oh mein Gott. Oh ja, der, der ist versteckt ist der. Ja toll, sag mir wo. Hi Firewolf. Weiter oben. Weiter oben. Ich bin oben. Oh. Aber ich bin oben. Oh, ich find das so toll, wenn da so viele Ausrufezeichen sind. Das heißt, es geht endlich mal weiter. Ich bin oben. Oh, das ist großartig. Ja, aber keine Ahnung. Wie, keine Ahnung, sag ich dir, du hast keine Ahnung. Keine Ahnung. Ah, ok, warte, ich guck mal. So, Moment. Vielleicht hier mal wieder alles verschwommen sonst. Das ist, oh. Ich sag mir das jetzt. Verzeih dir, vielleicht. Ich spreche die Person aus mir. Das ist jetzt schon. Nee. Ich weiß nicht, was wir jetzt sagen. Bis zum Abends heißt die Person schon 50 mal raus. Ja, Firewolf, soweit eigentlich ganz gut. Aber die Entkältung, Husten und der ganze Scheiß macht mich immer noch fertig. Aber sonst geht's mir gut. Es war noch falsch. Vielen Dank das hier geschlafen zu haben. das soll angeblich nicht funktionieren also ich hab's auch die getestet keine ahnung aber funktionieren soll es nicht passt so willst du allgemein bei vielen nicht mehr funktionieren die macht ja auch nicht mal wirklich updates oder irgendwas wir hätten irgendwann auch noch die andere Xbox sollen aber erst höre ich mir nur ich hatte dich eingeladen Huhn Huhn ich bin bereit folge einfach der blauen ähm den blauen Käfer da was für blaue Käfer wenn ihr den Weg zeigt grün oder blau keine Ahnung der zeigt mir keinen Weg guck mal auf der Karte ob da ein bestimmtes Symbol ist nicht schlecht das sind so grüne Menschenpunkte aber da sind nur zwei und das ist er nicht dann Google dir zeigt dir den Weg das ist mir so anstrengend YouTube suche den und den Monster Hunter World fertig ich mach auch den Stream an und sag den Leuten die sollen mir sagen wo lang okay Alter Echo wohoo hast du gemacht Vielen Dank. Ich hab's richtig gefühlt. Das glaub ich dir. Ja, aber nicht nur da. Bei Razor ist das auch nicht besser. Gut gemacht, Partnerin. Bei meinem auch nicht. Ich weiß nicht, was ich habe. Ich glaub Logitech. Dazu müsste ich das abnehmen, das mir zu anstrengt. Ja. Ja. Zumindest weißt du, dass du eins hast jetzt. Das glaub ich nicht seit vorgestern, dass du das weißt. Ey Janine, der findet das nicht. Wenn ich du wär, ist es widerlich. Was gibt's denn? Wenn ich du wär, bin ich aber nicht. Hä, aber der zeigt das hier nicht an, Janine, als Video. Die haben das nicht. Schrecklich. Ach du Heil, Digga. Okay, Firewolf. Schwanger. Tschaui. Wer hat doch nicht. Junge, Jens, gestern, ja? Nee, vorhin. Ich frage nicht. Du mir hast erzählt, alles versucht. Er kann nicht schwanger werden. Ach nee. Oh nein. Müsst du dir irgendwie nachher was schicken, ey. Och ey. Der hat so ein bisschen geflogen. So ein bisschen traurig. Nein. Oh, wie sieht denn die Rüstung aus? Uuuuh. Das sieht nice aus. Das sieht nice aus. Igel sind süß. Und das passt nicht zu ihr. Hallo. Das ist mein Charakter. Mein Charakter ist immer hübsch. Also mir sieht immer gut aus. Der war... Der war gut. Ja, ne? Bis des Jahres. Na, wenigstens habe ich schon eingebracht. Stimmt, der andere war. Oder willst du noch einen, Jan? Das ist immer so gut. Gar nix. Nein. Nein. Ginny, ey. Bitte betreffst du so? Ne, alles gut. Suppenhuhn. So, Suppenhuhn. Ich muss immer Suppenhuhn sagen. Sorry. So. Die Xbox App ist ja assi. Ach, deswegen fängt das so rum bei dir. Ah, okay. Ich hab schon gewundert, warum du immer reinkommst und dann wieder abpaust. Ach, Mann. Jan ist so eine Sache. Also ich wollte jetzt eigentlich nicht mehr so Großes doch was machen. Ich wollte das eigentlich bei den Nerdgiganten jetzt erstmal lassen und dann morgen weitermachen. Ne, aber gibt's eigentlich gerade nicht. Eigentlich. Das ist gerade irgendwie voll doof, jetzt in diesem Moment, wo ja gerne jemand mitmachen möchte zu gehen. Das ist auch assi, das mag ich nicht. Ne, ich mach das hier jetzt auch nicht, weil ich find das nicht. Ja, warte ich, bis du bei mir bist. Dann komm doch morgen dann mit rein, wenn du Lust hast. Wenn das okay wäre, dann können wir ja das auch nochmal versuchen dann mit der Party. Oder mal, ja dann trete ich dann dir bei oder so, wenn das dann geht. Waffe wollte ich mir mal gucken. Das erste, was ich über gucke, groß wird. Aber guck. Gibt's Huhn? Gibt's Huhn? Jetzt gibt's Huhn. Ich hab Bock auf Huhn. Oh, ich hab mir die kleinen Asien-Nurin geholt. Huhn, äh, ich spiel meist immer ab 21 Uhr. Ich hab mir gar nichts geholt, ich darf raus. Es kann auch mal sein, dass es dann für den Nachwirt. Ja, also bei mir wär's dann so ab 21 Uhr. Also, er geht das leider immer nicht so bei mir. Das wär, ja, leider nicht so passend sonst. Static. Gib mich auf! Du schaffst das! Lauf, lauf! Gib mich auf! Du schaffst das! Wer glaubt man das? Oh! Ja! Ey! Wir hören dich! Hi! Es kam so eine Wartung gerade! Hahaha! Hahaha. 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 Hahaha! Das ist Technik! Ja! Na. Man hört dich jetzt nicht mehr. Man hört dich jetzt leider nicht im Stream. Du musst da Hähnchen setzen. Ja, das ist das Problem. Achso. Das ist ein Scheißteil. Okay. Der Nächste bitte. Xbox. Okay. Kaufen. Mitgekauft. Das wäre natürlich super. Ich fühle mich so schön die ganze Zeit, weil ich immer mit Ohn im rede. Aber andere sehen das als Geist. Ja, toll. Ich verblöde schon dabei. Das war vorgestern auch richtig anstrengend. Ich stehe so, hä, mit wem redet sie denn die ganze Zeit? Ich habe keine Freunde. Ja, das würde ich dir halt auch glauben. Alles nur Ohn im schuld. Also Fakt ist, wenn Ohn im nicht schreien tut, dann ist er hier mit drin in einer Party. Ja, das wusste ich zu dem Zeitpunkt auch. Oh, Mann. Armdrücken. Alles klar. Armdrücken. Ich komme armdrücken. Ich will auch armdrücken. Jetzt geht's los. Alle bitte einmal in die Versammlungsstätte. Auf geht's. Das ist eine Lüge. Mal gucken, wer der nächste King wird. Nächste Herausforderung läuft. Ich heule, ne? Wenn mich jetzt jemand schlägt, dann mache ich mir Sorgen. Alter, was ist denn da los? Oh, was? Vielleicht sollte ich das mal machen. Scheiße. Stehen die, dass Podcasts eröffnet? Ich habe das auf dem Handy drauf. Da kann ich das nebenbei mit streamen, komischerweise. Also, ich habe das noch nie getestet. Ich weiß noch nicht, wie das ganz genau funktioniert, aber es wäre möglich. Ne, damit nicht. Ne, ne. Ich bin in der Versammlungsstätte. Ja, ich bin auf dem Weg. Andy, schon mal da? Nächster? Ich warte an der Tür. Bin ich überhaupt in deiner Dingens drin? Du müsstest doch hier sein, ja? Ach, du bist ja schon da. Gott. Nicht so schnell. Wir warten auf die anderen. Schicke Rüstung. Der Drache. So süß. Wer sitzt denn da? Da ist ja Janine. Wer ist denn das? Die kenne ich nicht. Ah, der Paliko sieht auch einfach geil aus. Komm, wieder guck. Alles so verstörend. Was ist das Problem damit? Ich habe noch diesen Mega-Man für Paliko. Ich finde den so hässlich. Wo soll sie denn hier ein Fußbad nehmen? Oh, das neue auch. Ah, nein. Soll ich die Schweinemaske aufsetzen? Warte. Ich finde die eigentlich voll hässlich, aber ist mir egal. Wie sehen ist es gut aus. Wie sie halt Eiskett die Schuhe anlässt. Oh, das war nicht geplant. So. Oh, ich habe den Kopf ausgeschaltet. Oh, ich habe den Kopf ausgeschaltet. Ähm. Seite 2. Ja. Halt. So. Billig hübsch. Wunderschön. Mit deinem Schwerschick. Sag mal, wenn alle da sind, sind jetzt alle da. So, willst du Rede halten hier? Also. Rosen sind rot, Falki sind blau. Jenny, denk dran, wenn jemand heiraten will, bin ich dafür zuständig. Ich habe meinen Traumpartner dort drin noch nicht gefunden. Oh mein Gott, das sind mir zu viele. Was ist denn hier los? Okay. Ich habe Angst. Ich habe so Angst. Zieh! Bah! Ah! Nee, hat sie nicht. Nee. Alter. Warte, wie geht das? Die, 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 die Dingens, ne? Mach jetzt! Ich kann so nicht. Du siehst so scheiße aus. Warte, warte, nein. Ich kann so nicht. Ich kann so nicht. Warte, ich habe so spät gedrängt. Das hat ja ganz genau das scheiße Zitterfinger da. Ich kann so nicht. Du hast die ganze Zeit auf Schweinemask gedenkt. Leute, ich kann nicht mehr! Einfach anstellen bitte! Du Mann! Nein, Schwein! Hey, der war frech! Du Schwein! Ich kann nicht mehr drücken! Na guck mal meinen Schwein an! Du Scheiße! Alter! Ich brech mir gleich was! Stati! Jetzt gehts aber runter! Kannst du mir ein Video schicken, wie du deine Taste drückst? Mach sie fertig! Das gibt's nicht! Ey, der Controller ist kaputt! Ja, ist er wirklich! Aber nicht deswegen! Nein! 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 Die Katze! Ja! 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 Ich will das mal! Ich nehme diesen eckigen Stinkefinger, halte den auf B drauf, halte mit der anderen und dann hat den Controller fest! Und hau einfach die Taste! Aber so, dass er nicht mehr ganz hochkommt! Ah! Ah! Der Kopf! Ah! Okay! Nächster! Hey! Hey! Hierbleiben! Azuki! Komm hierher! Der Nächste! Ich will wissen, wie du kommst! Oh! Oh! Daniel! Hol! Hol deinen Hammer raus! Komm jetzt hierher! Warte! Ich guck dich ganz genau an! Oh ne! Das kann ich nicht! Du könntest! Warte! Siehst du mich auf der Seite besser? Warte! Ich hab doch nicht gar gemeint! Stopp! Wie drückt ihr denn alle? Junge, nehmt ihr die Taste auseinander oder? Ne, dann könnte man ja nicht mehr drücken! Oh! Oh! Da ist er! Andy, komm! Hau rein! Oh! Ne! Ich brauch Ruhe! Ich kann nie mehr! Ich trink darauf ein! Das Schwein trinkt, ist das komisch! Ich kann's nicht! Hey Azuki, na? Ich mach's nicht! Du hast doch den Kopf! Du hast wunderschöne Augen! Ey, du siehst doch cool aus, man! Das ist so episch! Janine guckt da nicht so von hinten! Pass auf mit! Andy, du kannst doch statisch nicht da so stehen lassen, man! Die hübsche Frau! Sag mal! Die hübsche Frau! Kinder, da sitzt! Guck mal, mein Russel! Geheide! Okay, reicht mir heute! Ich kann nie mehr! Ich kann nie mehr! Oh! Oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh nein! Ich bin jetzt besoffen, das geht nicht! Guck an, wie sexy ich bin mit Schweinemaske! Ja. Hoffnungslos verloren. Okay. So. Kann nicht. In der Schnabel von Azuki. Ich muss einmal hingucken. Oh, ich weiß nicht. Nur besoffene hier, ey. Nur besoffene. Oh, ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's. Oh, aber so nicht. Ich kann so nicht. Dankeschön. Ich nehme das mal als Kompliment, ja? Hör mal, ich ne Armee damit auf. Azuki, was ist mit dir? Dahle. Damals, die ganzen Spiele, schon bis jetzt, wo du immer ein Bild drauf rumdrücken musst, immer hast du so ne Technik erfunden. Ja, ich mach das mit nem Mittelfinger. Ich nicht. Viel liegt es ja daran. Sehr geil, echt. Sehr geil. Aber Wahnsinn, wie viele das mitmachen. Ihr feiert das. Immer nehme ich Geld dafür. Was ist mit ihm hier los? Andy? Brauchst du Hilfe? Guck mal, Fußabtrete. Brauchst du ein Kussi vom Schwein? Warum treibst du auf ihn rum? Nee, liegt er so. Es ist ein Paliko. Er schlappert ihn ab. Guck mal, das ist ein Kussi. Ich hab ein paar Kussis. Keiner will ein Schwein küssen. Nur weil ich scheiße aussehe. Essliche Schweinchen. Schweinchen sind süß. Also du nicht, aber... Voll das hübsche Kätzchen. Voll das hübsche Kätzchen. Hallo? Ich bin doch eine geile Sau. Okay. Nein. Okay. Das Kätzchen ist cool. Ich mag deine Rüstung voll. Die sieht mega aus. Ich mag deine Rüstung voll. Okay, was ist das für eine Rüstung, die du da anhast? Ich bin einfach nur ein hässliches Schwein. Ich hab keine Freunde. In fastensinne. Hässliches Schwein. Oh, okay. Alles klar. Deswegen fällt mir das nicht auf. Du hast die Farbe mit geändert gehabt, ne? Ich hab dieses Bedürfnis, dir einfach richtig eine zu klatschen, ne? Wie ein Kätzchen. Ja, dann mach's doch mal. Achso. Später bomben wir uns weg, okay? Später. Ja, das sieht ja auch nice aus. Ist ja Hammer. Hast du ja aufgeteilt alles. Im Slot fehlt noch ein Diamant. Ich laufe da alleine. Sehr schön. Bei mir sieht das gerade nicht so prickelnd aus. Bei mir sieht's so aus. Ah, okay. Es sieht aber auch geil aus. Mit so einem Pink. Janin, möchtest du mich küssen oder was? Ich bin ein sexy Schwein. Ich wollte schon immer ein Schwein küssen. Oh, oh. Komm her. Hey. Warte, warte, ich. Ich möchte dir ein... Heute Nacht im... Heute Nacht im... Ich muss dich wieder verheiraten als Schwein so. Damit dürfen sie mich jetzt küssen. Dieser Kopf. Dieser Kopf. So verstörend. Warte, ich habe was Besseres. Baumwolle. Ich komme mit Warte. Was? Baumwolle? Ja, du hast gleich Warte. Hahaha. 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 Ich habe gar nicht so viel schönes. Hahaha. Hahaha. Ich möchte die gerne mal... Ich möchte die mal freischalten. Hahaha. Hahaha. Das sieht gut aus. Wie du da rein guckst. Da ist Scheiße drin heute. Machen wir wieder mit. Man, 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 man. Ich kaufe immer nur so viel Scheiße und nie ziehe ich was an und so, weißt du? Nein, nein, nein. Genau, heute Nacht wird gekrunzen, das ist gut. Das ist gut. Gehen wir mal grunzend ins Bett. Jenny schickt dir dann noch eine gute Nacht Audio mit Grunzen. Grüß du gern zurück, kein Problem. Wie jetzt? Was machst du da? Asuki, was machst du da? Wie jetzt? Hä? Warum ziehst du grad aus wie ein Hund? Oder wie ein Hund? Ein ist ein Schwende, andere ist ein Hund. Hä, kann man da drin so hin und her krabbeln oder wie? Ach so, wann geht denn das? Das wusste ich gar nicht, dass das... Oh. Nee, Monster. Guck mal, wie der Paliku hier drin aussieht, Johnny. Guck mal, wie der... Der Arme. Wer fließt nicht rein? Eddie, komm mal ins Wasser. Ich will mal wissen, wie das bei dir aussieht. Jenny, komm mal her. Okay, warte, warte. Ich komme. Guck mal, ich mach dich nass. Uh. Oh, oh. Guck mal, ich hab dich gedreht. Ich hab's nicht gern. Ja, komm mal. Komm mal, hm. Warum bist du da hinten, ey? Bist du für den Harry Potter? Bist du so mehr? Was ist das denn? Es ist schon... Ich war immer... Oh Gott! Guck dir den Männer-Arsch an! Es ist so gut! Komm, komm, komm! Komm! Es ist so gut, was du? Oh Gott, du hast es! Hey, siehst du! Naaah? Wart auf mich. Hallo, darf ich auch mal ein bisschen privat hören? Warum kommen jetzt alle hinterher? Hey, warum kann ich nicht so cool laufen? Na? Er ist dir fremdgegangen. Siehst du? Siehst du genau mit ihr? IMS. Wie schild? Das SMS mit. Ja. Das würde ich nie machen, sowas. Jenny, warum kann ich so sexy schwimmen? Bei solchen Menschen kann ich das nicht. Drück mal den linken Analogstick rein und dabei nach vorne. Ach, sag das doch gleich. Ich komme hier nicht mehr weg. Ich fühle mich sehr hingezogen zu dir. Wie das aussieht, ne? Dein, dein, dein Puh. Das ticke Höschen vom Mann noch nicht fertig. Warte, ich mache mit im Kreis. Warte. 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 Wieso denn die diereweacert? P willste. Die diereweichert? Fotoschiff. Dein Pallico. Lass mein Pallico in Ruhe. Scheiße, ich habe so Tränen. Ich komme gar nicht mehr klar. Oh. Wie das aussieht. Was ist das denn für ein Gnom? Alter. Ich bin auch mal. Alter, dann habe ich mich drauf. Sorry, ich bin für die Farbe. Andy, komm jetzt ins Wasser. Wie cool wir da liegen. Ich will wissen, wie du mit dem Arsch wackeln kannst. Der hat Simon auch weggesprungen. Guck mal, der von deinem Bier... Ne, wie war das? Baloo heißt der, genau. Ach toll, da steht so. Ich bin behindert. Oh, ich will das ändern. Der soll so nicht mehr heißen. Guck mal. Guck mal seinen Mund an vom Baloo. Der wackelt manchmal so komisch. Ja, aber was kostet, glaube ich. Ja, das kostet alles. Hä, oha? Wie kostet das? Ich wollte mein Palico auch ändern. Ah, guck mal da rechts. Ach, den meinst du, Asuki. Ja, ich sag ja auch, genau. 10 Euro hat er auch... Ich wurde gerade reingeschrieben. Was ist das da rechts? Wo die Füße rechts und nichts rausgucken. Mal gucken. Was ist das denn? Das sieht ja aus wie ein Alien. Das ist Colum. Das sieht aus wie Baby Yoda in Horror. Nein, das ist von Harry Potter. Ah, guck mal, wie er sich freut. Ja, ne. Guck mal, wie er sich freut. Er freut sich. Jetzt ist er weg. Oh. Ja, ne? Ich will auf ihn drauf springen. Da will ich aber auf den drauf springen. Bam! Da, ne, nicht so sexy. Du möchtest den Xbox, keine Sorgen. Das weiß ich. Du magst uns. Hast du geschrieben? Das ist gar keine andere Wahl. Ja, von The Witcher hat er auch gerade geschrieben. Hört die nicht. Ah. Blöd, PS4 bin ich auch drauf. Das klingt an einem Date. Auf PS4 bin ich sogar öfter. Das ist auf Xbox. Das war kein Nein. Das macht die nicht oft. Eigentlich nie. Was mache ich nicht? Bist du dumm? Ja. Ich bin deine Schwester. Was erwartest du? Superhuhn hat mich als Freude zugefügt. Hallo, Superhuhn. Superhuhn. Huh. Andy, setz dich mal hin. Drück den linken Analog-Sick rein und geh dabei nach vorne. Du siehst ja noch einigermaßen okay aus. Aber guck mal. Ey, Asuki, ich feier dich, ne? Guck mal, wie geil das aussieht. Die Fahne. Stimmt, ich sollte mich auch mal nackig machen. Moment. So. Ich will mich auch nackig machen. Ja, im Spiel. Oh, ich hab voll den Dickpopo. Wie mach ich das? Oh, voll dagegen geklatscht, Jenny tot. Was ist der A drückt? Tuck mal. Hallo. 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 Guck mal, ihr fliegel. Der ist voll geil, alter. Tududududududu. Tudududududu. Tududu. Tududu. Tuh. Tuh. Oh, ist das nicht romantisch? Das ist nicht verstörend, das ist romantisch. Ich bin unsichtbar. Ey, hier ist schön. Das ist toll. Superschön. Oh. Hahaha. 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 Das haben wir gerade gemacht, Asuki. Ach, kurz Taschentuch. Hahaha. Das Taschentuch ist diese Woche mein Leben geworden. Der ist fast ersoffen. Hahaha. 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 Warum bist du ihm so nah? Hahaha. Hahaha. Gefühle. Hier und hier. Hahaha. Hahaha. Guck mal neben mir. Hahaha. 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 Die ist halt hier. Hahaha. Hahaha. Wie geht der? Okay, das nehm ich auch. Der sieht ein bisschen tot aus wie er da schwimmt, ne? Hahaha. Hahaha. Der kommt? Hahaha. 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 Wickel, wickel. Ddudududududu. Ddududududu. Hahaha. Hahaha. Janine. Ne. Mir kommt da so was ekliges nah. Er versinkt gerade. Hahaha. 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 Ich geh erstmal in die Sauna. Wer kommt mit? Natürlich mein Schwert immer dabei, man weiß ja nie ob hier irgendwas passiert, vor allem in der Sauna. Wenn der Poe dreht. Hey! Wie das aussieht! Okay, alles klar Hund! Kannst du mal nicht ohne mich gehen? Also heißt das jetzt eigentlich Statik oder wie wird das ausgesprochen? Static! Mo, Mo, okay. Ich versuche es. Nicht Mo, Mo, Mo! Ja, ich habe nicht Mo, Mo gesagt! Nur Mo, Mo! Mo ist Mo, Mo? Mo, Mo! Alles klar. Okay. Das ist mal ein einfacher Name. Ich garantiere nicht dafür, dass ich das nicht aus Versehen irgendwie vergesse oder verdränge aus Versehen. Ist keine Absicht. In Wahrheit schon. Habe die Sauna mit dir. Okay. Na gut. Okay. So. Wer ist ihr denn? Hallo! Lass ihn in Ruhe! Hey! 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 Ich habe Platz genommen! Frech! Nein, Momo ist nicht da! Wenn ihr gleich Momo sitzt, mache ich mir Sorgen. Ich habe Angst vor dem. che bijen come. Ja. Ja? Alter! Oh! Nein! Doch! Oh! Oh! Hehehe! Ah! Zhuang! Do! çu That video! Sag mal, willst du schon gehen? Ich muss mir den Kopf genauer angucken. Kannst du mal deine Rüstung in der Saume ausziehen? Ja, Mama. Wenn ich nicht mehr so... Ich kann mich nicht mehr hinsetzen. Was machst du? Ich falle hier um. Ich falle hier um! Warum? Boah, heißes Ding hier, ey. Ich weiß, danke. Ja, ich geh da nochmal näher dran, warte. Anfassen, berühren. Berühren. Berührt. Berührt. Rocket League, berührt. Lasst uns tanzen. Oh, Metal. Yeah. Ist das süß. Ich kann mich nicht mehr zu dir setzen. Frechheit. Deine arme Katze. Guck, wie nackig er ist. Er gehört sich richtig, Alter. Guck mal, ihm läuft der Schweiß runter. Der Arme. Mich wach. Komm mal raus. Nee. Nee, aber ich komm raus. Leicht ungesund. Leicht ungesund. Ach, Quatsch. Hey. Das... Hallo. Nicht in dieser Situation. Also, ob du genau vor mir abgebremst hast. Warum rennst du hier nackig? Es ist nicht so, wie es aussieht, Asuki. Ganz ehrlich. Hä? Warum steht er zwischen uns? Jetzt glaube ich, dass ich angekommen bin. Ich lasse euch mal den Raum, ne? Den Raum. Diese ganze Villa. Diese kleine Ecke da. Ach, Mann. So. Wie war das? Ich wollte schon länger... Blub raus sein und so. Deutsch ist krass. Was? Darf ich n' Keks? 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 Hast du Brot? 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 Wie wir möschen? Möschen? Ey. Was ist das doch nicht, wenn ich das mache? Das ist sehr verwirrend. Ah, mit der Glitz hat ich gewinnt. Schön weitermachen. Schön weitermachen. Was hat er denn da? Kommt dir mal mein Einhorn an. Hier findest du mein Einhorn. Wunderschön. Wenn man versucht, ernst zu bleiben, das geht einfach nicht. Ich kann das nicht. Dein Asukis Gesicht, Mann. Das sieht so verstörend aus. Ganz schön hochnäsig, ne? Nur mal so. Ganz schön hochnäsig. Ich krieg noch eine davon. Was ist das bitte da? Was ist was? Doppelklingenjäger. Ich will nicht sagen, aber selbst der guckt uns schon an. Ja? Als Bot. Was macht der? Wie verstört wir aussehen? Guck, gut, das war alles. Ich bin ja nebenbei Fotografin, ne? Aber ich würde dies jetzt lieber nicht fotografieren wollen. Ich würde jetzt gerade echt gerne mehr über dich erfahren. Bitte nicht mit diesem Kopf. Aber hey, Muskeln hat er. Ja, ne? Vor allem die Schuhe sind hübsch. Ich würde das auch haben. Also, nicht sein Kopf. Und nicht die Farbe. Und nicht die Wookis, aber... Nicht? Aber ich habe kein Geld dafür. Ich habe gesehen, man kann da so solche Sachen kaufen. Okay, ab in seinen Raum. Oh, nee. War doch sein? Sein? Oder war es ihr? Ey, ne, was bist du da drin? Ein Mann. So. Wähle ein Ziel. Raum eines anderen Spielers. Da. Ich kann nur in meinen Raum. Sag doch, dass du keine Freunde brauchst, Asuki. Aber so fängt das an. Komm doch mal in meinen Raum. Ich zeige den richtigen Hasen. Könntest du bitte aufmachen, Asuki? Ja, hä? Oh, ne? Das habe ich gelesen. Können wehten. Ich habe den sofort. Ja, der ist geschlossen. Vom wegen sagen, komm mal mit in meinem Raum und danach. Haha. Ja, jetzt kann ich. Ich bin so verstört heute. Kein lecker. Hast du gerade gesagt, heute? Heute. Spinnst du. Oh, ne? Du kennst mich ja schon ein halbes Leben. Ey, Konkurrenz hier, oder was? Ja, seit ich den Kontakt mit dir habe. Weiß ja Bescheid. Willst du das? Du kannst uns gar nicht verlassen. Du magst uns. Okay. Das ist verstörend. Alter. Was ist das denn für ein Ding? Ich will das auch haben. 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 Boah, ich kriege die Gänsehaut. Das ist so gruselig. Oh. Achso. 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 Ah, jetzt. Scheiße, wie süß er ist. Ach, das ist deine Verwandtschaft. Das ist wirklich voll süß. Leg mich mal in sein Bett, ne? Weg dich doch hin, du Olle. Ich will neben dich, aber es geht nicht. Du bist so fett. Ey! Das ist gar nicht wahr. Verdammt. Jetzt hab ich schlau zu Feuer heute. Kein Bock mehr, Mann! Boah! Ha! Ha! Herrlich! Ich guck einfach mal in deine Kur. Ach, gleiche Kacke wie ich in deinem Spaß. Das ist hoffentlich aber jetzt. Raum ist Hammer. Dass du da alles machen kannst, ist schön. Ja, der ist auch... Ja, der ist auch... Aber der von Eisbahn ist der Hammer der Raum. Ich find die so schön. Vor allem was du alles einstellen kannst, ne? Boah! Es gibt ja so viel Auswahl schon. Schade, dass auch so viel Geld kostet. Also manches, ne? Vieles Geld. Ach, scheiße. Aber es sieht echt Hammer aus. So. Achja, was hattest du vorhin geguckt? Steckdosenboy Samsung gucken? Was ich geguckt habe? Plug and Play? Ja, Mann. Mir hat Corrupted gesagt, Steckdosenboy Samsung. Ich geh das besser, ey. Ehrlich, das war so gut. Ich will das auch mal spielen. Ich auch. Plug and Play ist einfach so dumm, das muss man spielen. Habe ich. Pitter. Oh! Strip Show? Oh! Oh! Alter! Ähm! Könnt ich ihn auftreten? Könnten wir das bitte zensieren? Das war sehr verstörend. Ich hab's nicht gesehen. Lass mich mal hin. Ich will auch mal. Ich pitter mal. Achtung! Achtung! Oh, er kommt! Danke. Ritten. Das Ding ist so verstörend. Ja, du Feiner. So ein Feiner. Lass ein bisschen Fell wachsen und du bist süß. Was? Wer ist da frech? Gibt keinen Leckerli mehr. Selbst schuld. Der ist nützlich hier. Ah! Kann ich deine Wut wieder ausmachen? Nein! G'ta! Mit Fingernsitz! Komm da gleich hoch. Oh Mann. Oh, guck mal wie süß er ist. Oh. Oh, oh, okay, jetzt mal umgucken. Ich lasse ein bisschen Corona hier in dem Raum, ist das okay? Ich konnte mir leider keine Maske im Spiel kaufen. Macht nichts, bin schon positiv. Aber so eine habe ich auch bei mir stehen im Raum. Ich kann ja gleich mal in meinen Raum gehen. Aber ich habe nicht so coole Sachen. Komm mal mit in meinen Raum oder ihr wie auch immer. Oha. Warte mal, warte mal. Ja, doch. Das war jetzt ganz frech. Ich hoffe, dass der offen ist. Diesmal weiß ich es leider wirklich schon lange nicht mehr drin. Ja, also ich kann schon lange nicht mehr drin. Ah, okay. Schön, dass andere schon eher drin sind in meinem Raum als ich. Also zumindest redet es noch. Das kenne ich doch immer, woher. Ich kenne es doch immer, woher. Ja, ich bin da. Ich liebe ihn. Sieht halt genauso aus. Was ist er denn? Lass meinen Kumpel in Ruhe. Der macht ja gar nichts. Fütter ihn mal. Der mag das. Aber ich kann ihn nicht füttern. Ah, jetzt können wir ihn. Der ist hässlich. Hatte ich auch Gast am Abfang zumindest. Ich habe den auch noch meinen kleinen. Das ist nur der große. Oh, er ist ganz süß. Setz dich auf die Bank. Genau. Ja, Andy. Nächstes Mal schreibe ich das am besten auch rein. Oh nein, wie süß das. Ich möchte ein Flughörnchen haben. Fang dir eins. Ich möchte dann bitte weg, Carla, in meinem Raum. Baby-Version als diesen Füchern wären super geil. So für die Wohnung so hier. Ja. Dann ist dein ganzes Wohnungsfeld damit, ne? Oder so ein eigenes Reit hier raussuchen, welches Monster das sein soll in klein. Boah. Das ist episch. Ich will es feiern. Ich will es echt feiern. Ey, das wäre cool, wenn es mitkämpfen würde. Ich würde es feiern. Wie kann denn hier nix? Ich will hier Pokémon reinbringen. Wo ist meine Pokéballage? Die fehlen mir. Also das ist mein Zuhause, ist noch nicht so schön. Jetzt gibt es erst mal Kuchen. Oh ja. Du Assi. Drei Euro. Was ist da hinten eigentlich? Boah, was für eine schöne Toast, ey. Habe ich gebacken. Wow. Sieht man, oder? So schief, wie sie ist. Ja, Suppenhuhn. Ich sage, Suppenhuhn. Suppe mit Huhn. Huhn. Hütchen. Ach ja, das ist... Na? Mach mit. Also überlegen, wie drückt man? Ah, okay, da. Das ist das Tage-Gefühl, Alter. Ich irgendwann bald wieder. Muss mal Wochenende abschalten. Na ja, ich werde jetzt aber auch jetzt langsam aufgehen. Das tut mir so leid und mir will ich gar nicht. Das tut mir gar nicht. Ich muss... Mh, in den Mund. Ey, kennt ihr das? Genau das, was ich jetzt gesagt habe, was du auch gesagt hast. Ich habe so ein Déjà-vu. Original so habe ich das irgendwo schon mal gehört. Aber warum? Ich glaube, ich habe das geträumt. Aber... Ich weiß nicht, wer habe ich das geträumt? Wer hat das von mir geträumt? Genau das hast du da auch gesagt. Jetzt reicht es. Ja. Das ist voll verstörend gerade. Jetzt habe ich Angst. Ich hasse sowas. Ich habe voll oft Déjà-vu's. Aber was ich nicht weiß und nicht gesehen habe, dass wir an so einem Tisch sitzen und vorm Kuchen. Und ich jetzt einfach nicht essen kann. Schön, dass halt noch Kuchen steht und dann hinterher so richtig geiles... Reingehen. Äh? Richtig gerne Keule, Alter. Deutsch. Wie geht Deutsch? Also, das... Das, was hier draufliegt, sind eigentlich alles Stücke vom Monster. Außer der Kuh. Ich will nichts sagen, ne? Aber da will ich auch um Kippen zu schreien, wie das ist. Guck mal, mein Tierchen... Pass auf dich auf. Guck. Er mag dich. Ich liebe auch. Du hast Gefühle? Nee. Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuer-Lied. Das L-A-G-E-R-F-U-E-R-Lied. Also, na? Das wäre ein Kaktus, ne? Ach, stimmt, genau. Jetzt müssen wir erstmal nochmal in dein Raum, Charlene. Ich habe Knicks in meinem Raum. Ich habe den gerade eben erst bekommen. Ja, also gehen wir jetzt rein, gucken, wie es aussieht. Einmal ab in deinen Raum. Einmal für alle sichtbar machen. Und weh, du hast da perverse Sachen stehen. Das ist nicht gut. Ich doch nicht. Sag mal. Was denkst du von mir, Alter? Überleg mal! Da gibt es wirklich gerade so eine Bank, wo dann so ein Riesending da im Raum steht. Was denkst du von mir? Ich dachte, du kennst mich lang genug. Na, so ein großes Messer ist verboten. Ich dachte, so ein Partale kennst du mich schon. Ich habe gar nicht mehr Partale. Kannst du mal bitte aufmachen? Nö. Na gut. Wie mache ich das denn? Da sind überall Toys. Ja! Wie mache ich das denn? Schön. Schön, dass du mich verstehst. Da ist so unten so ein Kätzchen, das musst du ansprechen. Kätzchen? Glaube ich. Aua. Genau, bei der Raumkatze da. Moment. Aber ich kann hier nichts öffnen. Warum bist du so anstrengend? Hey, schwöre. Sag schwöre. Schwöre. Ja, aber... Ich kann meine Sprüche nicht. Oh, Bibi. Oh, ich habe Bock auf Börek. Hallo, ich kann hier nichts machen. Ja, dann gucken wir uns das morgen an. Bis dahin hat Janine das raus. Hörst du nicht. Tut mir leid, Asuki. Tut mir leid, Asuki. Aber wenn ich mit der Katze hier rede. Oh, was für ein süßes Foto das wäre. Guck mal. Oh, jetzt bist du weggekommen. Super viel. Warte. Hey. Hey. Ich schick dir ein Bild. Wie unschauf das mal wieder ist. Ah. Guck mal, Handy. Ich hab' so kein Foto. Hab' Foto gemacht. Hast du Foto, tust du fest. Er steht da, zeig es deinen Freunden. Ich hab' keine Freunde. Ich auch nicht. Glaube. Wie die älter einfach wieder alleine läuft. Das ist so gut. Das ist so gut. Hm. Ja, ich bin super stolz auf sie. Die macht einfach alles alleine. Ich brauch' nichts machen. Wow. Ich sag's dir. Ja, aber ich kann dann nirgendwo privat da so wegdiensten. Du musst da irgendwie erstmal so ne Aufgabe machen, glaube ich. Nein, nein, dann guck mal's das morgen an. Ich hab' dir Bündchen schickt. Nee, ich bin morgen. Stimmt nachher. Ja, so gesehen nachher. Wir haben noch ne Stunde weniger Zeit, ey. So ne Brotze. Nee, ne? Ahahaha, les mal. Nein. Jetzt auch dein Alter und ich feier das. Das wär' es jetzt. Vielleicht bin ich jetzt hier. Musst du mal rumgucken, keine Ahnung. Das kann ich dir nicht sagen, doch. So, aber ich geh' jetzt trotzdem offline. Es tut mir so leid, aber irgendwie... Tut's dir nicht. Fühl mich kaputt. Ohl'im. 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 So gut wie alt ist deine Schwester. Deil'im. Sonst bring' ich den Kaktus zu dir. Ah, okay. Fast. Nah dran. Warum wird ne Ohl'im guckt jetzt? Alter. Ja, 30, hä? Ist da auch nah dran. Ach, herrlich. Ach, was meine Fische? Ich bin schon verregt. Tja, was mach' ich jetzt, wenn du gehst? Thunfischbrot. Ich muss pinkeln, Leute. Ach ja, die Zeit vergeht, ne? Die Zeit vergeht, ne? Ich hab auch schon zwei Nichten. Ja. Oh ne, das ist grad sehr traurig, die hören ich nicht. Den überkommt Neffe? Äh, ich freu es mal für dich. Kommt dazu. Und dann ist das auch erstmal ne Frage, ob überhaupt? Ja. Hallo. Hi. Wann wolltest du dich eigentlich mit Onim treffen im Chat? Ich fahr nie wieder irgendwohin für irgendwelche Typen. Das kannst du vergessen. Okay, nach deinem letzten würde ich das auch nicht mehr tun. Ich hab zwei, ja. Ne, ist überhaupt kein Problem. Ich hab mich so sehr dran gewöhnt, das ist überhaupt gar kein Problem. Ein kleines süße Zicken. Hahahaha. 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 Oh Mann. Aber bestimmt nicht alleinerziehend, oder? Doch, echt? Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Hahahaha. 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 Ja, das ist recht selten. Das höre ich. Ich glaube, du bist sogar der Erste. Ne, der Zweite. Hahahaha. 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 Ja. Hahahaha. Äh, Ewigkeiten schon weg. Hahahaha. 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 Oh, du hattest doch nie eine Freude. Oh Mann. Wie traurig. Hahahaha. Oh nein. Wie alt bist du denn? Hahahaha. Hahahaha. Und wenn das der Arme Krap pans hipfiniert hat 13. Hahaharium. Oh Mann. 16 und. Und- Oh ok. Turr bells. Du bist ein Zollerung für mich. Für Suppenhuhn. Der Name ist so cool, Mann. Woher kommst du denn? Andy, du musst doch was tun. Der kommt doch aus deinem Umkreis. Andy, was war schon? Andy, bist du noch da? Ich glaub auch. Oh ne, okay, krieg ich hin. Oh nein. Was mit dem? Nee. Du, Ingen, kenn ich. Achso, ja, das kenn ich. Nee. Oh ne. Red doch nicht über Bahnwittenberg, Alter. Ja. Wie heißt der? Achso, okay. Ich hätte dich gefeuert. Ey, das wärs jetzt gewesen, Alter. Super, Andy. Klasse, du hilfst ihm. Ey, da, ey. Da wär mir jetzt das Herzenlose gerutscht. Andy, nimm ihn doch einfach mit. Hm, ich kenn auch eine aus Thüringen. Hab ich über Fortnite kennengelernt. Hm. Ja, was weiß ich, wo du hin willst, Andy? Das hast du doch gesagt. Flüchte aus Thüringen. Super. Hm. Ich geh auch weg. Ich auch. Ab ans Wasser. Ich geh nach Berlin. Ich wäre voll in meiner City, Alter. Jetzt doch? Ich weiß ja noch nicht. Dich damit in die Ausbildung zu lernen ist. Oh ja, oh ja, da kenn ich auch jemanden. Oh, Österreich ist geil. Da wär ich auch hingezogen. Oh, das ist voll schön da, ey. Das ist so ein Trauma. Was macht Asuki da? Voll schön. Oh, so gut. Das tut mir so leid. Oh, das tut mir so leid. Ach so, Mum. Das ist ärgerlich. Vor allem, hat sie dir das denn nicht vorher gesagt? Wie alt sie ist? Ihr redet doch vorher miteinander oder nicht. Bevor ihr überhaupt ein Date habt. Ja, also wie gesagt, kannst nachher, wenn du Lust hast, gerne wieder dazukommen. Nur, ich fange halt erst um 21 Uhr anzustremen. Ein Tipp, in Thüringen wohnen nur Scheißfrauen. Ich kenne gar nicht, die ich kennengelernt habe, ist cool. Dann ist das eine Ausnahme. Das war die Süße. Naja, man sagt ja, das Alter ist ja eigentlich egal, aber gut, da es minderjährig ist, das geht echt nicht. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Ich gehe nicht mal unter 20. Nee, nee, bloß nicht. Warum? Erzähl. Mach dir nichts draus, mein Schatz ist auch so alt. Wie alt? Ja, wahrscheinlich 31 oder so. Ja, 32. Ich glaube, das wird richtig anstrengend für mich. Ich merke schon. Man hat sich das so jung gefühlt, ne? Ich bin so gesehen trotzdem ein Jahr älter. Ich habe zwei Kids, nicht vergessen. Hä, ich dachte, du hast eins. Ach so. Ach so. Sorry. Okay, hast gewonnen. Das finde ich gut. Ich habe auch einen Sohn. Ich bin nur ein bisschen haarig. Ja, wenn es danach geht, habe ich auch noch einen Sohn. Der pentet die ganze Zeit auf dem Kratzbaum. Genau. Was? Und wieso liegt die auf dem Kratzbaum und ist haarig? Die würde ich eher ein Taustier zählen. Die Mutti. Die arme Mutti. Die arme Mutti. Also Sohn, du kannst verkuppeln, aber du selbst bekommst kein Date. Okay, was ist los bei dir? Da stimmt doch was nicht. Mach dir nichts raus. Du kannst ja gerne, wenn du magst, auch mit in Discord reinkommen. Du kannst ja gerne mitrein. Gib mir auch so. Amen. Kann ich schon mal hin? Ich wusste, dass Andy das macht. Das ist so ein guter Mitarbeiter, der Andy. Der Andy. Ich bin so gespannt, ob das was wird, ey. Ohne, übertreib's nicht. Wir sind jetzt da. Jetzt kannst du mit uns reden. Oh Gott, ne. Ne. Ich nicht. Einmal und nie wieder. Ja gut, dann. Seltenheit. Nie wieder. Entweder es passiert so oder es passiert nichts. Punkt fertig aus. Oder du gehst einfach Freundschaft los. Ja. Ja. Oder so. Aber das möchte ich nicht. Da bin ich mir zu schade für, ehrlich gesagt. Ja. Kannst du dir runterladen auf dem Handy? Ich auch. Schnauze voll von. Einmal gehabt. Einmal. Ist aber Ewigkeiten her. Ach du Scheiße. Warst du jetzt ernsthaft? Boah, nee. Das glaube ich. Boah, das wär's jetzt aber auch. Aber du weißt es nie. Wenn du dich mit sowas einlässt, also sorry aber, ne. Wenn man die Person jetzt nicht kennt und man denkt sich, ja, okay, warum nicht? Andy, klär du das mal. Ah, okay. Sehr interessant. So, ihr Lieben, ich werde jetzt aber trotzdem den Stream beenden. Danke fürs Zuschauen. Und Johnny, du hörst mal auf, den Kuchen aufzufressen. Nein. Boah, mit vollem Mund. Hörst du das? Mit vollem Mund? Was für vollem Mund? Das hat sie angehört. Als hättest du gerade den Mund voll. Ich hab einfach nur meine Kinder. Sitz da an dem Tisch und guckst den Kuchen an. Ja, weil... Guck doch an auf meinem Stream, wie das aussieht. Als ich gerade auf dem Rest bin. Was ist denn hier schon wieder los? Wie sieht's denn hier schon wieder aus? Ich lasse dich nochmal machen. Du musst mir so einen YouTube-Stream machen. Da fehlt noch was zu, leider. Dann hätte ich's eh schon nichts gemacht. Wird später besorgt. Nicht auf YouTube-Stream. So, ciao. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ciao. Vielen Dank.